moin moin oder lo herzlich willkommen einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch zu unserem elden ring let's play um 16 uhr fällt das embargo also knapp 20 minuten und dann zocken wir gemeinsam elden ring tauchen zum ersten mal ab in die welt in das spiel auf das wir uns schon so lange gefreut haben entschuldigung die musik war noch an die manche natürlich aus das war gar nicht beabsichtigt jetzt hört ihr mich hoffentlich besser ne sorry für die musik das sollte nicht so sein ja also das ist sozusagen der beginn der reise wir haben ja wirklich lange gewartet auf dieses spiel haben uns alle sehr sehr lange gefreut und dann sind wir glaube ich alle ich zumindest sehr überrumpelt worden von den geschehnissen die in der ukraine passierte die russische invasion ich glaube so kann man es ruhig nennen als ich heute morgen aufgewacht bin und ich habe das mitbekommen das hat mich ziemlich mitgenommen muss ich ganz ehrlich sagen krieg in europa ich habe nicht gedacht dass man das irgendwie in der größenordnung noch mal erleben muss und dann zu sehen dass ja ja tatsächlich einfach eine groß angelegte invasion russische streitkräfte in der ukraine stattfindet das hat mich sehr erschüttert und mitgenommen und ich habe viel gedanken kraft die letzten stunden so darauf verwendet und mir vieles auch nicht so leicht nicht dem abzuwenden und mich mit irgendwie was anderem auch abzulenken so dass ich tatsächlich auch überlegt habe okay werde ich heute den stream wie geplant machen werde ich den elton stream machen werde ich auch irgendwas machen wir haben ja vielleicht habt ihr es mitbekommen auch mit rocket beans heute abend ein ersatzprogramm eigentlich hätten wir dort heute total war warhammer gespielt und das haben wir dann abgesagt und hinter dieser entscheidung stehe ich auch total weil es natürlich auch thematisch einfach in meinen augen zu nah dran ist an dem was dort jetzt gerade passiert und einem dann eben aufgrund dieser thematischen nähe auch nicht dabei hilft abzuschalten und ein bisschen eskapismus zu betreiben bei elden ring sehe ich es anders ist es für mich ein anderes thema es ist eine andere welt und dementsprechend erlaubt diese welt eben auch dass man in sie abtauchen kann und dass sie einen ablenken kann von dem was passiert und jetzt kommen wir mal zu der frage warum ich dann dieses spiel spiele und nicht irgendwie die stream absage und das ist ein stück weit so weil und ich will jetzt nicht mich größer machen als ich bin aber ich bin jetzt nicht irgendwie lorio oder wer auch immer aber es ist schon so dass ich irgendwie seit fast 20 jahren so vor der kamera arbeite und das irgendwie schon mein selbstverständnis ist so meine identität ist sendung zu machen vor der kamera zu sitzen zu versuchen leute zu unterhalten das klappt mal besser mal weniger gut aber es ist irgendwie mein mindset und dazu gehört auch wenn man sowas macht eine verantwortung zu haben irgendwie und zu sagen okay mein job ist es meine berufung ist es so klein ich auch im vergleich vielleicht mit anderen großen entertainer in dieser welt bin aber mein mein gefühl mein verpflichtungsgefühl ist irgendwie ja ich funktioniere und ich liefere mein teil ab und ich kann nicht viel ich bin kein politiker ich kann nichts dazu beitragen in irgendeiner form die geschehnisse zu beeinflussen aber ich kann vielleicht dafür sorgen und das ist das bisschen handhabe das ich habe ich kann vielleicht dafür sorgen dass der ein oder andere abgelenkt wird und das ist dem einen oder anderen vielleicht für mehrere stunden besser geht weil er seinen kopf ausmachen kann und dann was anderes denkt und das ist das immer gesagt egal wie es mir ging so ich ziehe das durch das ist mein job ich will das machen ich mache das und es gab auch in der vergangenheit immer wieder situationen in denen ich persönlich zum beispiel streit hatte eine minute bevor ich mit der person vor der kamera stand und funktionieren musste in der ich persönlichen kummer hatte private probleme was auch immer in denen es mir schlecht ging und ich trotzdem gesagt okay wenn ich vor der kamera stehe dann versuche ich leute zu unterhalten und in dieser zeit kann ich das auch schaffen für mich selbst das alles auszublenden das ist auch irgendwie eine sache die man dann im lauf der jahre lernt zu sagen okay in der zeit in der ich vor der kamera bin verschwinden alle diese dinge dann spielen die alle keine rolle dann bin ich hier so mit euch und wenn die kamera aus ist oder so dann kommen die dinge noch früh genug zurück aber für den moment irgendwie kriegt das ganz gut hin naja und ich habe mir gesagt dieses thema ist so omnipräsent und wir können es alle nicht ändern aber ich glaube das beste und das eins das einzige wie gesagt was ich machen kann ist zu versuchen euch irgendwie die möglichkeit zu geben euch abzulenken das ist das was ich tun kann und deswegen mache ich das auch und ich hoffe dass das mir gelingt dass ich euch ablenken kann und dass ich mich selber ablenken kann und dass ich mich gleich je länger das jetzt hier geht freimachen kann sozusagen von all dem was hier außerhalb meines streamer raums passiert und ich dann auch wirklich abtauchen kann in diese welt und das ist nicht realitäts negierend oder so gemeint sondern wie gesagt das ist einfach ein urlaub für den geist und eine ablenkung und ich hoffe auch dass wir in dieser zeit ja lachen können und gute laune haben können und nicht jedes mal ein schlechtes gewissen nachzuckt wenn wir irgendwie gleich spaß haben im stream wenn irgendwelche situationen passieren und ich auch einfach thematisch nicht mehr dran denke es schaffe nicht dran zu denken und dann einfach wir einfach freude miteinander haben und das ist mein ziel für heute ich möchte jetzt nicht elden ring spielen und dann die ganze zeit aber so so ein sub ton haben der immer wieder durch scheinen lässt eigentlich ist es gerade krieg und eigentlich ist es nicht der richtige nicht die richtige zeit um sich zu zerstreuen und zu lachen und spaß haben das das will ich nicht ich will es wenn dann richtig machen und deswegen jetzt auch der kleine disclaimer ich hoffe wir kriegen das hin ich hoffe wir kriegen das hin und ich hoffe ihr seid mir nicht irgendwie böse wenn ich eben versuche auch wirklich in diesen modus zu kommen und zu sagen so jetzt geht es los jetzt geht die reise los unser charakter betritt die welt wir betreten die welt und machen die tür machen die tür zu für alles andere in der zeit in der wir das zusammen machen ja abgesehen davon ist es fürchterlich was da passiert also es ist ich bin immer noch für den moment bis gleich bis um 16 uhr bin ich immer noch geschockt wirklich sage ich euch ehrlich und ein bisschen ja bin wirklich konsterniert was da passiert und wenn ihr spenden wollt wenn ihr irgendwie was machen wollt für die ukraine weiß ich dass es auch kollegen gibt ich glaube shoyoka zum beispiel die das ganze auch voranbringt die sich thematisch engagiert shoyoka zum beispiel kenne ich auch als als wirklich sehr haltungsstarke meinungsstarke persönlichkeit die kann ich euch empfehlen wenn ihr da mal vorbeischauen wollt ich glaube die macht das thema gerade da gibt es auch noch einige andere wenn ihr euch ein bisschen umschaut wenn ihr quasi da thematisch am ball bleiben wollt und keine lust habt auf zerstreuung oder so dann macht das gerne dort so strich und da die sache einmal durchatmen und so langsam in stimmung kommen und uns auf allen ring freuen chat wird moderiert vielen dank dafür liebe mods und jetzt fangen wir mal so langsam drüber an zu reden was wir bei allen ring machen ach so nikola danke nikola nikola baut noch ein paar mod rechte ein so also ihr fragt die erste frage die er sicherlich alle stellt oder ich auch schon ganz oft gelesen habe es weißt du schon was für eine klasse du spielen wirst jetzt noch nicht hundertprozentig ich habe mir gedacht wir machen das gleich alles zusammen jetzt erzähle ich euch mal wo mein status quo ist bei allen ring ich glaube wir haben bei allen streamer so unterschiedliche level was so spielzeit angeht wer hat wie viel zeit schon in allen ring verbracht und ich glaube ich zähle zähle dann eher zu denjenigen die da recht wenig haben und die die welt komplett neu erleben und neu entdecken weil ich auch ein stück weit mich sehr zurückgehalten habe weil ich liebe es eigentlich am meisten dinge zu entdecken ohne mich vorher mit informationen einzudecken ich gehe am liebsten komplett blind und unbedarft an irgendein entertainment produkt heran bei allen ring war ich so hin und her gerissen weil ich hatte ja die möglichkeit beim netzwerktest mitzumachen im vorfeld vor ein paar wochen gab es dann so festes zeit zeit slots wo man die möglichkeit hatte dann immer so drei stunden oder so reinzuschnuppern in so ein beta test gebiet da habe ich glaube ich eine session gemacht und ich glaube mehr als die hälfte dieser session habe ich bei diesem boss verbracht das war so ein typ auf einem pferd so dass ich ehrlich gesagt so gut wie gar nichts zu elton ring gesehen habe ich habe mir keine tests durchgelesen ich habe jetzt auch nicht dieses event mit simon angeschaut sondern ich habe mir gedacht so hey nee ich mache das jetzt so ab 16 uhr spielt es mit euch zusammen zum allerersten mal und alles was ich sehe sehe ich zum ersten mal auf alles was ich reagiere reagiere ich zum ersten mal ich finde es besser so als da so rumzulaufen und das kenne ich schon das kenne ich schon das kenne ich schon ah ja das ist neu oder so das wird es bei mir geben so so habe ich mich sozusagen entschlossen zu spielen also alles neu und dazu zählt eben auch die charaktererstellung ich habe mich aber so ein bisschen schlau gemacht welche verschiedenen charakterklassen es gibt damit wir gleich wenn wir das zusammen machen auch ja miteinander diskutieren können wir können ich kann ja schon mal so ein bisschen sagen was so meine rangehensweise ist ich habe schon eher so bock auf einen nahkämpfer und da gibt es für mich verschiedene optionen ich kann euch ja mal sagen pass mal auf was es so gibt also die charakterklassen die wir haben sind vagabund krieger die haben natürlich verschiedene grundvoraussetzungen also es gibt so natürlich so klassische nahkampf charaktere dann gibt es so magiebegabte wie ich glaube der astrologer astrologe wahrscheinlich zu ich habe es jetzt hier erst mal nur auf englisch oder der profit das sind so klassische magiebegabte charaktere denke ich die so im nahkampf eher weniger zu gebrauchen sind dann gibt es und das ist alles glaube ich so auch alte souls schule so charakterklassen die ein bisschen misch sind dazu zählt zum beispiel der samurai der hat nahkampf qualitäten aber eben auch pfeil und bogen mit denen arbeiten kann dann gibt es so stärke charaktere die hauptsächlich eben auf große stärke waffen gehen ich glaube dazu zählt der warrior nee gar nicht war der der vagabond oder der hero meine ich und der warrior ist das pendant nur mit dexterity das kennt man ja von souls macht man strength bild oder macht man dexterity bild oder macht man quality bild der eben eine mischung ist aus strength und dexterity und eben ja mit verschiedenen waffen dann aber das ist die waffen skalieren ja entweder mit strength oder mit dexterity oder eben mit einem dieser magie attribute wie faith oder intelligenz und wenn ich jetzt mich zum beispiel entscheide okay ich nehme eine klasse die hauptsächlich auf strength geht dann werde ich damit auch die entscheidung treffen in der masse mit strength building weapons zu spielen genau und das und ich glaube ich tendiere so ein bisschen die klassen die ich so ein bisschen im auge hatte ist dass ich eher so aufs kämpfen gehe und deswegen hatte ich samurai warrior vagabond und hero so ein bisschen als die vier klassen aus denen ich wählen werde deswegen mal auch so ein bisschen an euch die frage was denkt ihr denn was wollen wir machen worauf hättet ihr denn lust ich lasse mich noch ein bisschen von euch beeinflussen so was ist eure idee bettler space marine okay viele schreiben von euch samurai oh viele sagen samurai ehrlich gesagt habe ich den auch so ein bisschen ins auge gefasst den samurai weil der kann ja noch mal ein bisschen mehr auf den samurai eingehen also der ist eine heavy melee class vergleichbar mit dem vagabunden der vagabund ist eben ja auch schwer gepanzert sozusagen hat aber mehr fokus auf dexterity und so ein bisschen ausgeglichenheit bisschen weniger auf stärke und er hat aber auch eine explizite spezialisierung in archery und hat auch standardmäßig einen langen bogen equipped das heißt also der arbeitet mit einem katana wie sich das für einen samurai gehört im nahkampf zweihändig was eigentlich ja auch so ein bisschen meine spielweise aus auch ist auch wenn ich versuche das parry game zu meistern hier und da meistens spiele ich dann doch eher mit ausweichen und zweihändigkeit und er kann aus der entfernung oder somit mit pfeil und bogen arbeiten und das ist glaube ich schon so ein bisschen auch so mein spielstil auch wie ich bei bei dark souls jetzt auch mache also dass ich so ein bisschen durchaus auch in strategischen situationen den fernen kampf nutzen möchte und dann aber auch viele möglichkeiten für den nahkampf habe also denke ich wahrscheinlich samurai ist eine gute wahl und natürlich wird im laufe der zeit sich auch für mich dann offenbaren welche waffen gibt es welchen stil wie will ich am besten die welt meistern übrigens heute abend als ersatzprogramm wenn ihr interesse habt gibt es auch mit denzel martin und gregor eldenring action die werden weil die auch alle schon viel gespielt haben die drei werden die ein talk machen und dann werden die glaube ich so ein boss rush oder so machen wo die dann versuchen wer schafft am meisten bosse das macht man natürlich nur wenn man auch wirklich schon viel gespielt hat und weiß wohin man geht und die bosse kennt und sich da jetzt nicht unnötig das spiel ruiniert indem man irgendwie so ein run macht obwohl man es noch nie gesehen hat also das ist für alle eldenring interessierte glaube ich auch eine schöne alternative das bedeutet auch übrigens für euch mit nochmal zur einordnung weil ich ja dann nachher nicht bei dem geplanten warhammer stream zugegen sein werde und dementsprechend zu hause bleibe und ich ja auch nicht teil dieses ersatzprogramms bin werde ich natürlich jetzt auch zeitlich ein bisschen flexibler sein ich hatte eigentlich ja vorher überlegt dass ich dann jetzt hier so streame vielleicht so bis 19 uhr und dann fahre ich ins büro und mache die wolmer sendung und das ist natürlich jetzt nicht mehr der fall deswegen werde ich zu hause sein und werde dementsprechend auch heute abend nicht so zeitlich limitiert sein das heißt wir können ganz in ruhe und zeit nehmen ich werde mir irgendwann nachher was zu essen bestellen und mit euch ein bisschen plaudern und sushi essen oder so ein kram keine ahnung was was man im stream essen kann ähm so das auch nochmal okay was wollte ich noch sagen ich glaube das war es so ziemlich ach ja ich wollte mich nochmal bedanken bei allen leuten ich habe noch gar nicht geguckt ähm chefkoch 87 danke für dein prime heidelbeereis power note 3 kein politiker ja passender name vielen lieben dank ähm agent armstrong hat mit prime abonniert pferdefischauge nakamado killerschnecki ist mit prime dabei dacu live wünscht viel spaß bei eldenring und hat schon im vierten monat sein abo jay 220292 oh ist das dein geburtstag dann herzlichen glückwunsch nachträglich dann hattest du dir vor zwei tagen geburtstag herzlichen glückwunsch nachträglich lieber jay stemini majors major s minion major s minion hat mit prime abonniert jaga jay ctp lts ein marco niger jay rock im verlauf der des streams vielen lieben dank euch allen bantai bruger hey bist du der bruger ist mit prime dabei und der pneumatische aal einer meiner lieblingsnamen die ich hier ever gelesen habe ist auch schon im vierten monat dabei vielen dank liebe leute weiß ich sehr zu schätzen svojo1337 ist mit prime dabei dankeschön jetzt ist es 15 uhr 59 wenn mich meine ähm uhr nicht im stich lässt und so wie ich das sehe darf ich ab 16 uhr gleich das spiel mit euch teilen golden tea vielen dank für dein prime ah da bist du ja bruger moin nils viel spaß bei eldering du wirst es lieben vielen dank lieber bruger ich bin sehr sehr gespannt ich freue mich jetzt auch ich bin jetzt auch mehr und mehr komme ich rein und es funktioniert für mich und ich schüttel alles ab und mache die tür zu und jetzt ist es gleich 16 uhr es ist ja wie mitternacht hier wie silvester so ein bisschen ace z 1987 jerald proof vielen dank jarel proof für eure primes und abos so wann springt die uhr endlich um wann springt die uhr endlich um ich verstehe es nicht es ist die längste ah jetzt ist es 16 uhr babadababam bam bam badam olden ring seid ihr ready seid ihr ready seid ihr ready so kopfhörer auf ach okay wie lange haben wir eigentlich darauf gewartet so ich hoffe es ich habe jetzt noch nichts gedrückt ich hoffe es klappt jetzt hier alles geht alles so wir drücken einfach mal gemeinsam auf new game so auto was machen wir das machen wir es immer on manual attack aiming off das können wir ja später das werden wir später sicherlich irgendwie schauen just brightness ihr seht ich habe noch gar nichts wirklich eingestellt weil ich nicht wusste ob vielleicht direkt eine zwischensequenz anfängt und ich wollte die nicht vorher sehen ich wollte das alles mit euch zusammen erleben so jetzt können wir uns eine charakter base aussuchen wir haben ja gerade gesagt komm wir spielen jetzt mal am anfang den samurai den hier davon haben wir uns jetzt ja entschieden ihr könnt gerne was so sound und so angeht sagt mir gerne zu laut zu leise könnt ihr gerne noch sagen so wir nehmen samurai ach so was ist denn type a type b ich sehe noch gar keinen unterschied ehrlich gesagt ach so links ist männlich rechts ist weiblich oder wie ist das zu verstehen naja wir machen mal type a so name wir heißen natürlich will bald ist doch klar so will bald age ja er ist ein bisschen jünger young age only affects appearances has no bearing on ability ja dann machen wir mit sure samurai okay das ist die origin einfach nur keepsake was ist die ach so no keepsake the past has been well and truly left behind okay was ist das ist das a medallion inlaid with crimson amber increases maximum hp finde ich ganz geil lands between rune the gold of grace shining in the eyes of the people of the land between used to gain many runes golden seed the golden seed washed ashore from the lands between set to reinforce sacred flasks the ashes of small diminutive golems ashes are said to hold spirits within cracked pot stone are key two stone keys shaped like swords break the seal on imp statues but can only be used once five sacred branches charged with the gulling power set to originate from the demigod michaela boiled prawn five pieces of boiled prawn boosts physical damage negation oder shabiri's woe the crazed likeness of noble whose eyes have been gorged out attracts enemies aggression ach so was ist das so was wie dieser schädel so was meinen wir was wollen wir nehmen was wollen wir mitnehmen also entweder crimson amber medallion würde ich mal sagen oder das ist eigentlich auch ganz geil set to reinforce sacred flasks ist das dauerhaft denn ist der golden sieht eigentlich das beste oder so wie ich das verstehe also das increases maximum hp ist natürlich super aber golden sieht ist das so was wie ähm hier dieses wie heißt es noch estus shards könnte so was sein wie estus shards oder eben diesen key two stone keys shaped like swords breaks the seal und im statutes but can only be used once das scheint für mich so ein item zu sein was es aber häufiger gibt weil man weil es ja wahrscheinlich mehrere von diesen im statutes geben dürfte und die muss man ja irgendwie aufbekommen die frage ist ist es das was es ist ich würde glaube ich zu golden seed tendieren ist der estus shard ne ich nehm den ich nehm den golden seed ich denke das macht sind so cheese choose based templates und detailed appearances guck mal die sehen natürlich die charaktere sehen schon auch echt ganz gut aus so also die maus common face among the tarnished after all they were all very warriors once okay das heißt hier können wir uns noch so eine stadt okay der sieht ganz lustig aus ähm oh loner northerner das ist jetzt reines appearance game aber wir müssen natürlich jetzt mal was finden was halt will bald so ein bisschen will bald ich finde er sieht ein bisschen will baldig aus kann man schon sagen aber will bald ist natürlich auch ein stück weit ein loner das muss man auch ehrlich gesagt sagen ähm also es ist einfach will bald night folk finde ich ein bisschen zu naja das ist mir zu viel fantasy ähm long lived but seldom born ja true seeker ich finde der hat was ich finde dieser aristokrat hier der hat was der hat irgendwie was will baldiges mit seinen haaren wir gucken mal was es so für frisuren gibt ähm hier ja der sieht auch so ein bisschen wie heißt der timothy dieser schauspieler der der bei dune auch mitspielt so wir erstmal das wichtigste ist natürlich die frisur ja ähm wo ist denn die klassische will bald frisur das hier das ist die klassische will bald frisur man kann natürlich ach guck mal die haben hier teilweise richtig moderne frisuren guck ich das mal an hier der kann ja richtig normal aussehen aber das ist das ist die will bald frisur das ist die will bald frisur und er hatte immer so rot rötliche haare auch so das ist am ehesten will bald mal zurück ja ansonsten ist mir das nicht ganz so wichtig weil man ja wahrscheinlich eh die meiste zeit einen helm oder so auf hat aber man kann hier noch schön so richtig so beards stubble beards ach guck mal hier ich finde was will bald was wir will bald wirklich gönnen können ist eine schöne schnurre das würde ich ihm schon gönnen wollen den hier so einen kleinen kleinen schnurrbart so ich finde das sieht ganz gut aus ich glaube so tattoos und sowas brauchen wir nicht will bald hat keine tattoos so das wäre jetzt will bald seid ihr zufrieden ich denke das ist in ordnung oder bisschen wie matteo aber hey will bald ist älter als matteo muss man tatsächlich sagen will bald ist älter als matteo das ist also unser will bald mit dem geht es jetzt los okay ich kann ihn ja schon mal safen das ist interessant es gibt favorites das heißt wenn wir irgendwann mal einen speedrun machen oder irgendeinen survival challenge dann haben wir den schon mal abgespeichert unseren will bald sehr schön also ich denke damit hatten wir ihn will bald unser samurai und die reise beginnt seht ihr man hat sowieso man hat sowieso nicht die möglichkeit ist ständig zu sehen okay wir beginnen es wird wahrscheinlich eine intro sequenz geben ich bin sehr gespannt oh leute wir entdecken das jetzt alles neu von anfang an die fallen leaves tell a story the great elden ring was shattered in our home across the fog the lands between und dann und dann Golden was first to perish Soon Marika's offspring demigods all claimed the shards of the Elden Ring The mad taint of their newfound strength triggered the shattering A war from which no lord arose A war leading to abandonment by the greater will O rise now ye tarnished ye dead who yet live The call of long-lost grace speaks to us all Oraloo Chieftain of the Badlands The ever-brilliant gold mask Fear The deathbed The deathbed companion The loathsome Dagnator And Sir Gideon Ofmere The all-knowing The deathbed Rexx ensuite Fically Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. Ok. Oh Leute, ich hab Gänsehaut, ich bin heiß. Ich habe Lust, es geht los. Wieder ein stimmungsvolles Intro. Es war diesmal nicht so krass gerendert, sondern es war viel mit Bildern gearbeitet. aber so das ist tutorial jetzt hier wo ist das habe ich jetzt gemacht ich bin komplett blind hier reingegangen ok praise the elden ring ich bin komplett rein ganz springen rollen schlagen weithändigkeit geht nicht weil ich den bogen habe aber ich kann den bogen ja wegstecken weithändig geht zack perry geht schlagen geht oh gott es geht los hier ist ein epic item hier tarnished wo sind finger ok macht er denn ich weiß es nicht though the path be broken and uncertain claim your places elden lord ich schaue mal eben ganz kurz was es für optionen bezüglich der untertitel und so gibt weil vielleicht der ein oder andere gerne deutsche untertitel hätte ich schaue einfach mal ob es überhaupt diese option gibt subtitles sind aber ich bin mir nicht sicher ich kann die jetzt nicht sprache kann ich glaube ich nicht ändern ich weiß nicht ob ich das irgendwo anders mache ja sehe ich jetzt hier die option leider nicht die sprache der untertitel zu ändern aber wir machen es erst mal so ich glaube das ist in ordnung wir gehen in die welt gut lag dankeschön es geht los chapel of anticipation das ist der der beginn unserer reise hier guck mal muss ich mich hier runter stürzen time for elden ring wow ok da ist eine brücke da geht es lang sieht mir fast so aus als wenn man hier runter springen müsste vielleicht kommt man vielleicht ist das so eine himmelskapelle man sieht ja auch keinen boden oder so vielleicht müssen wir tatsächlich runter springen wir gucken natürlich alles mal in ruhe an und wir gehen auch mal ins menü rein so also das ist unser katana wir haben hier noch eros fire eros normale eros unser von round schild ist die das ist standardmäßig unsere klamotten und ich möchte natürlich auch noch mal ins inventory gucken wir haben nämlich jetzt hier tarnished with fingers ok used to write messages to other words ok das ist gut und wir haben memory of grace lose all runes return to last side of lost grace visited wüsste ich jetzt nicht warum wir das machen wollen aber haben wir nicht da golden seat increases sacred flasks number of uses vielleicht kann man das wirklich nur an einem bonfire die heißen ja natürlich anders irgendwie aber dort nutzen das denke ich mal okay kack 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 aber keine weiteren items hier mal schauen wir noch mal auf die andere seite es steuert sich gut es ist hüpfi und was hier oben the doors blocked shut okay das geht nicht dann schauen wir doch mal da komme ich auf jeden fall runter woher kommen die ersten gegner ich will mich im kampf beweisen ich habe richtig bock zu kämpfen gerade ich will den samurai der action zu führen aber wir gucken uns erstmal in ruhe hier alles an ich muss alle eindrücke aufsaugen ich muss alles wie sieht es hier aus was ist das für eine welt will sie kennenlernen ich will sie mir untertan machen natürlich auch sagen wir hier kein eingang aber ein rundgang natürlich gucke ich immer hier um jede ecke manchmal gibt es ja hier schon items read messages sehr viele messages alle sind natürlich ganz außer sich und wollen sich mitteilen ich bin mal gespannt wie sehr die neue mobilität der charaktere eine rolle spielt ob es auch so rudimentäre jump and run passagen wenn ihr so wollt gibt ich lass mir zeit übrigens ne ich hab zeit ich eile nicht ich gucke mir alles in ruhe an es sieht einfach sehr sehr gut aus hier ist ein friedhof hier liegen alte ritters leute wo ich wollte einen kampf ich kriege einen kampf grafted scorpion ok ok was das war es schon ok ich war noch nicht fertig mit dem aber das gehört wahrscheinlich dazu beim ersten so ich das zu laut eigentlich soll ich ein bisschen leiser machen vom sound her den game sound tick leiser wow das ging schnell aber jetzt kommt eine zwischensequenz ich denke das war auch so gewollt ich hätte ihn natürlich gerne besiegt aber ihr kennt das ja dieser erste tod bei souls spielen ist ja eigentlich einkalkuliert auch bei sekiro zum beispiel ist der tod ja einkalkuliert beziehungsweise dass man dann ganz am anfang diesen kampf gegen genichiro verliert selbst wenn man den gewinnt verliert man ihn deswegen ist das denke ich irgendwo einkalkuliert so ist das die lady da die verschwunden ist so ist das das die ganze neue kampf so ist denn nun so ist das die réussi so ist es so ist so ist Amen. Flask of Crimson Tears Sehr schön. Jetzt bekommen wir nämlich unsere Heil Flask hatte ich ja eben noch gar nicht und das ist die Mana Flasks Also das war schon so einkalkuliert, dass man stirbt und jetzt sind wir hier in einer Dunkelheit. Ich habe keine Fackel Ah, er hat Display. Okay, da Flask of Crimson Tears Flask of Cerulean Tears. Das ist dann ja Magic wahrscheinlich. Okay Hier geht es in die Dunkelheit Da sehe ich gerade gar nicht überhaupt nichts mehr Da oben ist irgendein Item Aber ich weiß nicht, da ist eine Wand. Also ich sehe hier kaum was gerade, aber das ist auch so gewollt, denke ich mal Und in der anderen Richtung geht es natürlich weiter Da ist dieser Baum. Ich denke mal, vielleicht kann ich da schon mein Seed irgendwie platzieren Wir werden sehen. Hier sitzt jemand Der ungern redet Hi Oh, der hat so Guck mal hier, was hat der um den Hals Brave Tarnish, take the plunge Of learnings and remembrance Recall the arts of war and your worries blood Ja, da können wir dann gleich runterspringen Aber das machen wir natürlich noch Bzw. bist du fertig? Man muss ja immer tausendmal fragen Okay Also hier haben wir diesen Baum Der sieht wichtig aus. Hallo Baum Brace the tree Könnte ich irgendwas mit dir machen? Ne Aber er sieht wichtig aus Vielleicht ist das nicht Was haben wir hier? Der Tod ist hier eigentlich wertig, ne? Oh, was haben wir hier? Das ist mein erstes Feuer Bondfeuer Heißt ja ein bisschen anders hier Lost Grace heißt das hier Okay, okay Lost Grace Das heißt, ich könnte wahrscheinlich jetzt meine Seeds hier irgendwie Flasks Add charge to flask Increase the amount of plunge by flask Okay, flask charges Use the sacred tier to increase the amount Hab ich da nicht Da, golden seed Okay, es ist tatsächlich das, was wir gedacht hatten With this menu you can allocate the number of uses in each of your flasks You have a set total of maximum flask uses You can decide how many of those uses for Genau Also hier können wir uns jetzt einstellen Ich nehme jetzt erstmal alles Auf Die Heiltränke sozusagen Und wir können das ja jederzeit denke ich mal umstellen Ich weiß nämlich nicht, inwiefern ich jetzt Mana überhaupt brauche Aber das ist doch schon mal gut, dass wir Beziehungsweise, warte mal, da stand ja auch Memorize Spell Können wir mal schauen, was ich überhaupt schon Ich habe zu und ich habe With a Memorize Spell menu you can memorize sorceries and incantations You must have a staff equipped to cast sorceries Or a sacred seal equipped to cast incantations Casting sorceries and incantations consumes FP Your memory slot determines the number of sorceries and incantations you can memorize You can increase your memory slots by obtaining a memory stone Ich habe ja noch nie wirklich bis auf die allererste Demon's Souls Reihen Noch nie wirklich mit Magic irgendwie gespielt Aber ihr seht das, ich habe hier gar nichts Okay, dann gehen wir mal weiter Hier ist schon mal ein Nebeltörchen Da darf ich aber nicht durch Oh, hier ist ein Item Okay, das heißt mit diesem Finger Kann ich jetzt also Auch Teilnehmen Und mich summonen lassen Was haben wir hier? Ich glaube, diese Messages sind alle Quatsch Ich fahre diesen Fasch hinunter Hinauf, meine ich Ich fahre ihn hinauf Wie es hin will bald Treppen rauf Ach so, docken geht so Wow Wow Raus aus der Dunkelheit Aus der Düsternis Hinein in die Welt Und da ist der Reiter Hier war ich schon einmal Damals beim Netzwerktest Da habe ich irgendwie eine halbe Ewigkeit an diesem Reiter gehangen Der eigentlich viel zu stark ist Um ihn direkt zu Beginn zu machen The map Use your map To check your current position As well As well as the terrain And surrounding structures Oh yes Tarnished are we Come to the lands between For the Elden Ring Hmm Of course you have No shame in it Unfortunately for you However You are maidenless Without guidance Without the strength of runes And without an invitation To the round table hold You are fated It seems To die in obscurity Luckily for you however There is one shining ray of hope For even the maidenless Me Take care to listen Are you familiar with grace The golden light That gives life to you tarnished You may also behold its golden rays Pointing in a particular direction at times That is the guidance of grace A path that are tarnished must travel Hmm Indeed Grace's guidance holds the answers It will lead you tarnished to the path you are meant to follow Even if it leads you to your grave Grace's guidance will reveal the path forward Most certainly To Castle Stormvale Over on the cliff The home of the decrepit demigod Godric the Grafted Godric the Grafted It's time you set up I should think To Castle Stormvale On the cliff Where Grace would guide you If you seek the Elden Ring Maidenless as you are Okay Dann ähm Also wir waren da unten noch nicht in der Gruft Da könnten wir vielleicht noch einmal schnell zurücklaufen Bevor wir die Die Reise hier beginnen Auf Ah Ja Das ist eine lange lange Fahrstuhlreise Ich wollte dann einmal noch runterfahren Das machen wir aber jetzt einmal In der Zeit gucke ich mal kurz in den Chat Lieben Dank NebanMG Für dein Geschenkabo Was du hier verteilst Das ist sehr nett von dir Denn auf der anderen Seite hier Konnte man ja noch runterspringen Und bevor ich hier Das für immer vergesse Weil so viele andere Ablenkungen mir Äh Quasi in den Bann ziehen Dort In der Welt In der bunten Welt Schau ich hier noch einmal Da unten Was ist hier Kann man ja auf jeden Fall irgendwie Sich fallen lassen Was wartet hier auf uns Fiese Gruft Oh hier ist noch so ein Leuchtfeuer Side of Grace Ja Sehr schön Wow Sieht einfach geil aus Oh wer bist du Ach der ist ein Schurke Tutorial 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 Kann man auch parrien Guarding Ja Jetzt will er erstmal Dass ich guarde Ja Jetzt wieder mal parrien Ja das war der Aber sehr verzögert Boah ok Warte Ich versuch mal zu parrien Das ist gar nicht so einfach Na egal Du musst sterben You can avoid enemy attacks Über the dodge roll Or backstab Also das ist Tutorial Hier ne Jump Genau das ist ja auch neu Oh wer bist du Hey Weißt du was Ich hab auch einen Bogen Mein Lieber Ja So sieht das aus Ich hab auch einen Bogen In every corner of the lands Between You will find fruits And flowers Mushrooms And butterflies And various other useful materials These materials Can be used For item crafting Das ist gut Rover fruit Nehmen wir So das ist hier der nächste Tutorial boss Tutorial boss Wielding armaments Each hand can be equipped With up to three armaments Allowing you to toggle Between them Ja Warte mal Wie werde ich Ich will dir das Schwert Aha Ich wollte eigentlich Na ja gut Okay Wie mache ich den Kick Das ist nicht mehr dasselbe Kick ist auf eine andere Taste gelegt Gucke ich mir gleich mal an Ich habe natürlich dummerweise Weil ich mir dachte Das ist easy peasy So wie es immer ist Aber ist es gar nicht Ja okay Eigentlich gedacht Ich kann Das wollte ich natürlich nicht Mal tasten ausprobiert Das geben wir gleich auch noch Equip a bow to fire arrows You can equip up to two types of arrows To choose from L1 Usage Fire arrows Fire to tie Position I mean Oh Weiter geht es Durch die Tutorial Skills Armaments Have special abilities Called skills Skills are highly varied And range from powerful attacks To temporary effects Using skills Consumes FP Okay Was sind meine skills Wenn ich L2 drücke Crouch To make it harder For enemies to discover you Especially Effective in tall grass Attacking an enemy That hasn't noticed You will cause more damage Than usual Okay Ah ja Es gibt ja auch Klassen die sehr darauf ausgelegt sind Dass man genauso spielt Undetected bleiben Da war ich nicht dicht genug dran Komm ich hier durch Was ist das Ne Da kann man noch ein bisschen Durchlunzen Stance breaking Some attacks May break an enemy stance Giving you a chance To perform a critical hit Charge attacks And jump attacks Make it particularly easy To break an enemy stance Hold R2 Charge attack R2 while jumping Jump attack Gut zu wissen Ah ja Okay Smiths Viparin Stakes of America Upon dying You will be revived At the last sight of grace That you visited However If there is a stake Of America near Where you died You can choose To be revived There instead Ah okay Das ist auch ein neues Element Offensichtlich Frage ist Ist das einmalig Ist die dann zerbrochen Danach die Statue Oh was Okay Oh der hat ein großes Schwert You can perform A counter attack Immediately after Blocking an enemy attack Guards counters Make it easy To break an enemy stance Ah okay Oh Er wurde groß angekündigt War schnell tot Aber geht als Boss durch Geht als Boss durch Also 5 Punkte haben wir schon Und jetzt sind wir wieder hier Wurden belohnt Mit neuen Erkenntnissen Und einem Item Strength Okay Ich kann jetzt Jubeln Oder was auch immer Sehr schön Dann Gehen wir jetzt zurück In die Welt In die wir wollten Und können jetzt zum Beispiel Direkt mal gegen den Reiter da kämpfen Oder die Welt erkunden Den Herd ist ein Boss Ingame geschafft Absolut richtig So jetzt geht's los hier So Endlich wieder zurück ins Licht Okay was ich gerade Tatsächlich nicht ganz gecheckt hatte Weil ich hab das nämlich überlesen Weil ich mir dachte Okay das muss ja genauso sein Wie bei einem alten Ist Wie man auf die Zweihändigkeit wechselt Und zwar Switch left hand arm Switch items Switch items Switch sorcery Skills Ist das Guard Ja Crouch Stand up Okay das ist komisch Das ist irgendwie anders Okay Dreieck und R1 Okay Machen wir mal schauen Habe ich eine Flask Gerade getrunken Ich glaube ja Deswegen Machen wir einmal Rest Damit ich meine Flasks Zurück bekommen Ich weiß gar nicht Ob ich schon Seelen hab Ich glaube nicht Wirklich zum Ausgeben Summoning pools In each area You might find Effigies of marchers These effigies Are summoning pools You find it easy To summon other players At these locations As co-op And hostile summoning signs Created With small effigies Gather At summoning pools Okay 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 Jetzt können wir richtig looten Das ist ja richtig Open World Mit Looting Loot Guck mal da ist der Reiter Wir haben noch Erinnerungen An ihn Wir können ja aus Spaß Einmal machen Ich befürchte Wir werden Sterben Aber hey Why not try Oh Ich seh nicht mal Oh Ich seh nicht mal was Das war schnell Oh Hat er uns direkt erwischt Oh ich bin schon wieder Gefixt Ich will den platt machen Ich will den direkt Platt machen Ich will Ich bin direkt Wieder hier Im Modus Ich lass mir von dir Nichts sagen Dummer Reiter So Da hinten liegen die doch Oder Ja Hinter dem Busch Laufen wir doch mal schnell hin Ich will es nochmal probieren Mir macht das einfach Spaß Ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit Wie viel habe ich denn überhaupt 601 Ich kann ja einmal gucken Ob ich überhaupt schon Vielleicht leveln kann Ich mache ihm natürlich Nicht viel Damage Aber ich liebe Diese Herausforderung einfach Danach wollen wir natürlich Aber auch mal die Welt Ein bisschen erkunden Weil das habe ich ja auch Schon mal gemacht Diesen Reiter Vor langer Zeit Im Netzwerktest So was können wir denn mal machen Ähm Pass time Achso ich kann ja hier gar nicht leveln Ist ja klar Warte mal Was ist denn mit dir hier eigentlich Ja okay Dann geht das noch nicht Kann auch gar nicht leveln Naja dann schauen wir mal Was es hier noch so gibt Ich laufe Pass auf Ich laufe mal an ihm vorbei Wir wollen erstmal die Welt erkunden Ich komme gleich zu ihm zurück Und dann machen wir ihn platt Ich will nicht schon wieder Eine halbe Stunde Länger würde ich nicht brauchen Aber eine halbe Stunde Bei ihm rumhängen Erstmal gucken wir Was es hier noch so gibt Was man hier alles looten kann Da oben sehe ich schon Irgendwelche Gargoyles Da sind Oh was ist das Ein untergegangener Tempel Okay das war alles mal schöner Ach Oh ein prächtiger Weißkopfseeadler Ich dachte das wäre eine Statue Auf einmal fliegt der weg Nice Hier das kann ich looten Nein Acquire Materials Acquire Materials Erdleaf Flower Ja wer bist du Die kann ich doch bestimmt Mit dem Bogen erledigen Ja Das ist ja gerade Außer Reichweite Ich kann bestimmt Gut jagen gehen Mit Pfeil und Bogen Hier Hey Hey Okay jetzt habe ich Schnurze voll So Okay Vanquish in enemy groups Vanquish in enemy groups Will replenish your flasks The number of types Flasks will replenish varies Depending on the enemy group Okay Das heißt wenn ich jetzt hier Verschiedene Gegner Gruppen besiege Bekomme ich danach meine Flasks wieder aufgefüllt Ist auch eine Neuerung Eine goldene Rune Na guck mal Da haben wir doch direkt etwas Neues gefunden Eine goldene Rune Flowers Mein Uchi Katana Mein Helm Ah okay Aha Tutorial Golden Rune Also Used to gain a small number of Runes Okay das ist so ein Seelencheck So wie ich das sehe Das brauchen wir natürlich jetzt noch nicht Verweilten Golden Rune Noch eine Sehr gut Schauen wir uns einfach mal um hier Da sind ja diese Weißkopfseeadler Kann man die jagen? Bringt mir das irgendwas? Ich will sie ja eigentlich nicht jagen Aber Auf der anderen Seite Will ich auch wissen Ob man es kann Vielleicht muss man Federn sammeln Für Pfeile oder sowas Wir alle wissen Dass Männchen und Weibchen Eh unglücklich sind Wenn man Ihren Partner Jagt Dann wollen sie selbst auch gejagt werden Guck mal hier Flight Pinion Okay Das wird man sicherlich irgendwann mal brauchen Und einen letzten Flug Einen letzten Flug Was ist das hier? Klumpen Das ist einfach wirklich nur ein Klumpen Oh Er bewegt sich Muss vorhalten Die machen ja einfach alle platt Was ist mit dem Schwein? Ah ich habe keine Bögen Keine Pfeile mehr Da muss ich ein bisschen aufpassen Bin ein bisschen zu großzügig glaube ich Aber diese Soldaten sind auf jeden Fall Nicht meine Freunde Schleiche ich mich mal an Probiere ich all das Gelernte einmal aus An dem Was ist hier mit dem Schafbock? Kann ich den auch jagen? Oder Thin Beast Bones Tatsächlich Und kann die alles Einfach mal Verwerten Was hier rumliegt Na gut Was hat der Soldat denn hier beschützt? Das schauen wir uns mal an Oh da ist ein Lagerfeuer Ich einfach die ganze Zeit abgelenkt werde Oh hier noch so ein Kleiner Hirsch Oh der hat Der sitzt da und Kokelt rum Jeder weiß Im Sommer sollte man Keine Lagerfeuer machen Und deswegen Werde ich ihm jetzt leider sagen müssen Du stirbst Lagerfeuer Ist gefährlich Baldbrand entstehen Irgendwas Mushroom Oh eine dunkle Höhle Will ich da rein? Ich weiß es nicht Wir werden sehen Groveside Cave Oh hier ist so ein Dingsbums Hab ich ne Fackel? Ne ne Ist aber sehr dunkel Fackel wär mir lieber Oh Ey Das war dumm Oh Okay Das war dumm Mehr Baby Ey 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 Der lebt ja noch Das ist der Alpha Der Alpha Wolf Okay Wow Wie die auch aussehen Endlich mal nicht so Zombifizierte Halbtote Halbverweste Wölfe Sondern das sind richtig prächtige Direwolves Die hier Sich in dieser Höhle Ein Zuhause Genommen haben Indem sie die Menschen Die hier eines Fernzeitpunkts Unterschlupf suchten Einfach mal Ja Totgebissen haben Diese Höhle gehört dem stärksten Der sie für sich Claimt In dem Fall Mir Okay Okay Noch ein Wolf Ah Ah Okay Euch hab ich nicht gesehen Äh Warte mal Warte 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 Schild hoch Ich hätte gedacht Das wäre jetzt schon vorbei gewesen Aber da lungern ja noch mehr von denen rum Das könnte ich ja nicht ahnen Glowstone So dunkel hier Man sieht wirklich gar nichts Jetzt nehme ich mir auch noch das einzige Was mir Licht gibt Nämlich diese Items Silver Firefly Silver Firefly Silver Firefly Die einzige Lichtquelle Schön gelootet Und den Cave Moss Nicht zu verwechseln mit Kate Moss Okay ist hier sonst irgendwas Ich denke nicht mehr oder Kerze sollte ich mal liegen lassen Wow Schnell raus aus diesem tödlichen Schlund Völlig unnötig das Wolfsrudel getötet Das hätte ich eigentlich auch sein lassen können So Trooper ist Mist Oh warte mal Was hab ich denn hier gerade gemacht Okay 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 können wir dann Blbet Mmh Shit Okay Libert Unnötig Was Ich Ich Sie J Ach du Scheiße. Abgewählt, ey, ei, 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 das war unnötige Wählveranstaltung. Oh, no, 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 no. Ach, weil ich mich einmal verwehlt hatte. Egal, den hole ich mir jetzt. Da kommt einfach mal ein Boss. Da kommt einfach mal irgendein Boss. Ich dachte, ich gehe nach Hause. Nein, das wollte ich nicht. Okay, warte mal, das war der Eingang der Höhle. Jetzt sind die Wölfe wieder alle da, ne? Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich schleiche mich da jetzt rein. An den Wölfen vorbei. Oh, äh, bin ich hier richtig? Gott. Ja. So. Wo sind meine Überbleibsel? Wo sind denn meine Items? Ich sehe die gerade gar nicht. Das ist wie Sie. J проб SO was haben died. Oh, bleib mal! Beastman Flamedrake Talisman Nehme ich Jetzt will ich aber meine Items wiederhaben Sind die hier? No Warte mal Was sind denn meine Items? Da Sehen aus wie so kleine Ästchen Na gut Jetzt haben wir Beastman platt gemacht Wusste gar nicht, dass der hier wohnt In diesen Katakomben Ist hier sonst noch irgendwas von Interesse? Ich glaube nicht, ne? Hier sind nur alte Fässer Was hat der gegessen hier? Guck mal hier So einen alten So eine Kuh Irgendein Rind Was die Wölfe Beastman gebracht haben Also Beastman war der eigentliche Alpha hier So Die ganzen Soldaten, die versucht haben Ihn Zu beseitigen Sind gescheitert Eine zweite Expedition wurde offensichtlich nicht in Sand Man hat es einfach aufgegeben Bis ich gekommen bin So Return to Entrance Also Vorschlag ist Wir machen mal ganz kurz Nochmal den Ich gucke nochmal eben kurz in die Audioeinstellung Beziehungsweise ist das im Spiel Oder ist das im System der Playstation Schauen wir eben nochmal eben nach Audio Gucken, ob für euch vielleicht der Ton noch ein bisschen zu optimieren ist Gucken, ob ich das nochmal Besser hingegeben Eine Sekunde Gucken wir eben in die Audio Settings Ist aber schon aus Ah nee, warte Jetzt ist er aus Der war an Okay Ich glaube das hatten wir aber schon mal gemacht Bei Ich probiere das mal mit den Audios Mit den Audio 3D Audio Das 3D Audio auszumachen So Ich weiß nicht, ob es besser wird Probieren wir mal Guter Hinweis, Nikola Aber ich weiß nicht Wir haben es glaube ich schon mal probiert Ob das besser wird So, was ist mit dir los Ach, du lebst ja wieder Du lebst ja wieder Genau Da war ja was Was ist das? Root Resin Okay Nein Ich wollte das doch gar nicht machen Ich drücke manchmal die falsche Taste Das wollte ich machen Schleichen McSchleichenstein Okay Danke Nikola gut aufgepasst Ich wollte es gerade nochmal machen So Also wir sind einfach draußen Jagen mal ein bisschen weiter Da ist die Offensichtlich die Burg Die Base Hier das ist doch das Hauptlager Oder nicht Guck mal was macht der da Wo guckt der hin Guck mal der guckt einfach Völlig in die falsche Richtung Nach was hält der Ausschau Nach was hält der Ausschau Wir wissen es nicht Also wenn er in die Richtung guckt Erwartet er von da irgendwas Na gut Er hat nicht gedacht Dass in seinem Rücken Seine Kollegen Einfach so von mir Weggepflückt werden Guck mal der hier zum Beispiel Der hat gar nichts mitbekommen Er sitzt hier einfach rum Ah hier Messer Kleine Kurzmesser Schauen wir mal Da oben ist auch irgendein Item Was ist das? Grün Fragment Okay Ich höre doch hier wieder Irgend so ein Leuchtkäfer Hört ihr das auch? Da Tschüssi Ist das so ein Wie diese Wie diese Kleine Ihr wisst schon Oh diese Echsen Diese Echsen Aus Ah hier Teardrop Scarabs They are both Crimson and Cerulein Teardrop Scarabs Defeat them To replenish The flasks That match their type However You cannot replenish More flasks Than your maximum amount Allows Ach so Okay Ich verstehe Verstehe Schauen wir mal die Map Das haben wir noch gar nicht gemacht Map Menu With a Map Menu You can check your current position In terrain And buildings In the surrounding area You can also freely place Beacons of light To serve as landmarks As you explore Lastly Through your map You can select any site of grace That you've discovered And travel there instantaneously However However there are some dungeons In other areas Where this cannot be done Okay das heißt Ich kann Komplett rumreisen Ohne An einem An einer site of grace Sein zu müssen Sehe ich das richtig Könnte ich jetzt hier einfach hin Reisen Obwohl ich eigentlich hier bin Das ist ja interessant Okay das ist das Was hier freigeschaltet ist Hier ist diese Groveside Cave Da war ich Wir können eigentlich mal Diesen Weg dann entlang gehen Ich denke das ist Im Prinzip das große Ziel Für den Moment Hier diesen Weg entlang zu Marschieren Und mal zu schauen Was da so ist Erstmal kümmern wir uns Um dieses Lager hier Ich glaube das hatte ich Damals beim Network Test Auch noch gesehen Jetzt machen wir mal Hier ans Werk Das Lager zu Clearen Versuch mal ein bisschen Vorsichtig vorzugehen Oh der hat mich gesehen Soviel zum Thema Scheiße Okay Okay ich dachte ich blocke Seine Attacke Aber das ist gar nicht so Okay Ich habe ihn gar nicht Null gestunt Okay Da habe ich ein bisschen Warte mal Last side of grace Was ist stake of America Ja wenn die näher dran ist Nämlich stake of Marika Ist ja klar Okay interessant Die sind dann doch ein bisschen Stärker Ich habe sie unterschätzt Und habe mich selbst Überschätzt Aber wir sind zum Glück Direkt wieder hier Das gefällt mir gut Und ich schau mal Warte mal Wo war ich denn gestorben Da Glaube ich Den hatte ich platt gemacht Ich glaube Ja hier war ich gestorben Holen wir uns erstmal unsere Sachen zurück Wenn wir nochmal sterben Ach da wird sie auch übrigens angezeigt Oben Freundlicherweise Auf dem Radar Werden unsere Seelen angezeigt Das ist ganz hilfreich Wo sind sie denn Da Die sind ein bisschen In der line of sight Aber ich glaube Da können wir uns hinschleichen Aber wir räumen hier mal Dieses Lager Guck mal Da gehen die spazieren Okay Wir schauen erstmal hier Das ist Der kleinere Teil des Lagers Gucken wir erstmal Ob hier Auch Leute sind Ah ja guck mal Da ist einer Dankenswerterweise Guckt der auf die Mauer Dann warte ich erstmal ab Bis der Patrouleur Da hinten Sich wieder umdreht Wie sich das gehört Wo will der ganz hin Dreh dich um Dreh dich um Oh der dreht sich nicht um Oh Gott Wie weit geht der denn Na gut Wenn der hinter dem Wagen kommt Ach Mist Mach da nicht Haben die eigentlich auch gehört Das ist die Frage Wenn ich den jetzt hier von hinten Meuchel Hören die wie mein Schwert In die Eingeweide fährt Oder ist ihm das egal Weil die nicht so hörbegabt sind Oh ja Er ist hörbegabt Aber die können nix Die anderen können was Oh da ist noch einer Okay Den snacken wir uns auch mal weg Der Riese da Der ist eher unangenehm Den würde ich gern backstabben Deswegen machen wir erstmal Die Minions drumherum weg Und dann backstabben wir Den großen Mit der Lanze Okay Der patrouilliert hier Oh was ist das Ein Schädel Was ist das denn Da liegt einfach ein leuchtender Schädel Können wir den nicht irgendwie Okay Hallo Pick up item Ah eine goldene Rune bekommen Oh Okay Das ist der der uns Oh Okay Der dreht sich um Kann ich's riskieren Ich hoffe Oh der darf sein Horn Nicht erschallen lassen Wenn sein Horn erschallt Dann ruft er alle seine Freunde Also den hier Okay Man kann auch über die rüber springen Klar kein Problem Oh Straight Sword Also den will ich hier platt machen Das ist mein eigentliches Ziel Okay Hoffentlich bin ich noch rechtzeitig Oh Der kann viel ab Scheiße Oh nein Und der andere kommt auch Jetzt heißt es erstmal Die Beine in die Hand nehmen Weil Könnt ihr mir erzählen Was ihr wollt Zu zweit ist das schwierig Kommen sie mir beide hinterher Oder Ich weiß nicht wo ich bin Oder hat er mich gesehen Okay Die hoffnung Die vage hoffnung Dass er mich gesehen haben könnte Muss ich leider aufgeben Ja weiß einfach wo ich bin Oder Oh Gott Funktioniert der Trick Der Alte Nein du weißt nicht Der hat meine Spur verloren Der weiß nicht wo ich bin Vielleicht erwische ich ihn von hinten Nein 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 Ah Nicht das gleiche nochmal eben Ah Wieder zurück Oh Shoot Der ist leider sehr stark Aber ich auch Okay Das ist schon echt lustig Weil man Anders als bei Dark Souls Dieses Sneaken Halt viel besser nutzen kann Das ist ein komplett neues Element Das war vorher wirklich Zu vernachlässigen Ach Acquire Materials Da sag ich nicht nein So wie sieht es denn aus Mit meinem Bogen Hab ich denn überhaupt noch Pfeile ja Ich hab noch Pfeile Ah Ach der ist zu schnell So Äh Da Aha Aber das macht Spaß Okay ich kann mir richtig vorstellen Dass so die Bandit Klasse Bei solchen Militär Camps Auch echt lustig ist Der da hinten allerdings mit seinem Hundimann Da muss ich mal gucken Ob ich den Wolf vielleicht mal Dem Wolf mal eine mitgebe Weil der könnte mich verraten Das wollen wir natürlich nicht Wo ist der Wolf Oder wir geben ihm eine mit Was Oh okay Pfeile habe ich noch Fünf Pfeile habe ich noch Oh herrlich wie Ah da ist der Wolf Ja sehr schön Okay Das hat geklappt Äh weiß er wo ich bin Oder Ja das ist lustig Okay da ist noch einer Aber jetzt habe ich Ich glaube da ist Möglicherweise noch ein großer Mit so einer Lanze Da müssen wir mal gucken Äh wie sieht das hier aus Ah noch einer mit dem Wolf Okay Ah ja Der ist nicht ungefährlich Das macht schon Spaß Schnüffelt er mich? Ah ich hänge immer fest Scheiße Klassiker Boah Klassiker Sehr schön Jetzt hat Glaube ich das Camp Ist jetzt gecleart Oder ist ein Dungeon Oder irgendwas Katakomben Da geht es noch runter Aber bevor wir da reingehen Merken wir uns wo das ist Da Okay Schauen wir uns noch mal ein bisschen um Hier in dem Lager Die haben doch hier bestimmt irgendwas Wertvolles Können wir nicht vorstellen Dass die einfach hier ohne Schatz Campieren Hier muss doch irgendwo Was ist das? Oh Read Message Treasure Chest Ne irgendwie nicht Ne Es ist eher ein Grab Lagerstätte Ne ne Oh da ist ja noch so ein Soldat Der hat das gar nicht mitbekommen Dass einfach alle weg sind Der fragt sich warum er nicht abgelöst wird So langsam habe ich das Bedürfnis Mal leveln zu können Oh was ist das da hinten Eine Tafel Eine Infotafel Oh da ist ja auch noch einer Da hinten Ach eine neue Map Oh Map found Okay Das ist gut A new map has been found Limgrave West Ah ja Ah Da geht es nach Limgrave Gatefront Ruins Hier ist diese Dingsbums Und da Ist noch eine Höhle Die führt hier da Ins Wasser Okay Aus Sichtspunkt Wollen wir mal schauen Hier ist also dieser Tunneleingang Bevor wir jetzt gleich in diesen Tunnel gehen Guck ich einmal ganz kurz in den Chat Ab und zu Ich nehme mir mal ab und zu mal zwei Minuten Was ihr so sagt Was so euer Ersteindruck ist Gibt es hier Sprungknopf Ja X ist jetzt der Sprungknopf Das ist schön gemacht mit den Maps I like Sagt Siren Hut Bis jetzt super Ribenhard Ich finde es auch super bis jetzt Jetzt die Truhe Diese Achso Meinst du die Diese Diese da Da hinten Wo war sie Diese Stein Diesen Sarkophag Hier der hier Oder meinst du was anderes Das geht doch nicht Geht doch nicht auf Was ist dein Schatz Oder ist da hinten noch eine Auf dem Wagen eine Das könnte es natürlich auch sein Die Kutsche ne Kutschen haben Loot Das war nämlich damals beim Netzwerktest Hatte ich das auch einmal kurz gesehen Hier oben Ja Da ist der Loot Genau Was haben wir drin Oh Item Ein Morgenstern Okay Können wir es euch mal angucken Also Horizon Maps Ja Wirkt wie Zelda mit Dark Souls Ich liebe es Sagt Nini Place In der Zwischenzeit auch Dylan Towns Wir begrüßen Dylan Towns Im Kreise der Prime Inhaber Schön dass du da bist Freu mich sehr Was gefällt dir Was gefällt dir und was nicht bis jetzt Fragt Evil Alex 87 Ja ist natürlich relativ Früh für ein erstes Fazit Finde ich Aber ich find's Aber ich find's Aber ich find's bisher einfach nur cool Also es gibt bisher wirklich gar nichts was mir nicht gefällt Bislang ist es wirklich gut Bislang ist es wirklich gut Ich hab angefangen Für alle die jetzt neu hinzugekommen sind Mit einem Samurai Draußen bei mir beginnt es zu regnen Im Spiel beginnt es zu regnen Sagt Nünxe Ja Das passt doch perfekt Jack Commander Auch du bist schon wieder Mit Prime dabei Im vierten Monat Vielen Dank Commander Warum kannst du das Spiel heute schon spielen Weil einigen Journalisten Und wie ihr seht Nein Journalist ist Quatsch Streamern Der Zugang Gewährt wurde bereits Heute um 16 Uhr Kies kam gestern Nachmittag an Heute 16 Uhr Fiel dann das Embargo Und morgen ist ja offizieller Release Ich glaube sogar ab Mitternacht Ist es dann auch spielbar So sind die Regeln Die hab ich nicht gemacht Okay Ich würde eigentlich gerne mal Langsam Mein Loot in Sicherheit bringen Weil ich nicht weiß Wie ich hier level Und wo ich level Ob ich da vielleicht Irgendwo muss ja Derzeitpunkt kommt An dem ich leveln kann Was ist das Oh ich bin abgelenkt Abgelenkt Irgendwas leuchtet Oder ist wieder irgendein Reiter Was sind das hier Für wunderbare Leuchtende Kreise Bin neugierig Muss hingehen Kann nicht warten Ah es ist ein Feuerchen Das sind also diese Kleinen Side of Oh nein Ich hab auszusehen Die falsche Taste gedrückt Jetzt ist das ganze Camp Wieder da Okay das war dumm Das wollte ich nicht Ich möchte mich recht herzlich Entschuldigen Das war überhaupt nicht Mein Plan Aber da passiert jetzt was Ja das war doch Mein Plan Exakt das war Mein Plan Kann ich jetzt leveln Oh hab ich das geplant Von langer Hand Ja wisst ihr was Leute Ich hab auch kein Sound Das liegt daran Dass ich 3D Sound Ausgemacht hab Das war nämlich Das Gleiche Problem Wie bei God of War Neulich Das wird sich gleich Wieder geben Keine Sorge Das ändere ich Dann gleich wieder Oder war das ein kleiner Bug Ja das soll man machen Ja das soll man machen Ich kann den Role Der Maiden Jawohl Genau das wollte ich Das hab ich gesucht Mach ich Aber sowas von Jetzt möchte ich das machen Ja Spectral Steed Whistle Ah Dankeschön Ja selbstverständlich Yes level up Endlich Okay das war Glück Dass ich da diesem Leuchtenden Geschimmere hinterher Gerannt bin Jetzt heißt Bitte sehr Ich bitte drum Alles beim alten Endlich Super So Guck mal hier Wir haben nämlich jetzt hier schon Fast 4000 Runes Also Vigor Ist Unser Lebensbalken Endurance Und Strength Und Dexterity Kennt ihr alle Mind ist ja Also pass auf Mind ist Quasi wie viel Mana Punkte ich habe Und wir spielen jetzt ja Irgendwie so eine Mischklasse Dexterity Und Strength Ich bin mir nicht sicher Ob es vielleicht ein Quality Build ist Ob man das vielleicht so Bezeichnen möchte Aber ich denke Aber ich denke für uns sind natürlich Dexterity Endurance Und Vigor Halt auch wichtig Ich gebe jetzt nochmal eins Auf Dexterity Oh Er macht ja gar nicht mehr so viel Machen wir einen hier Endurance Vigor natürlich Können wir mal zwei geben Machen wir mal so Okay Jetzt haben wir noch ein paar Flasks Ja Ich glaube da können wir nichts machen Oh warte Haben wir aber noch nicht Oder Habe ich jetzt irgendwas In der Form schon gefunden Ich meine nicht Ne Okay Dann Sword Chest Okay With this menu You can place Items that you're carrying Out of the chest Genau Aber dem ist ja eigentlich Nicht so wie ein paar Waffen Die können wir uns eigentlich mal Angucken Oder sowas Muss ich das Nein Jetzt kann ich alles mit mir rumschleppen Ist glaube ich egal Use the spectral steed To summon and ride your spectral steed Wow ich habe ein spectral steed If your spectral steed dies You can summon it again But it will cost one flask Of crimson tears to do so No You can dismount by using the whistle again Or by pressing L3 Nein 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 Ich möchte nicht dass der stirbt Ich bin noch nie geritten in dem Spiel Pouches From pouch In the main menu You can equip Six items to your pouches Four of those items Can be used without opening The main menu Blab 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 Okay Muss ich natürlich nur noch wissen Was was macht Das heißt ich da drücke ich dann Duck und dann Ah ja okay das sind die Dinger Alles klar Wow Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz Wir haben ja so ein paar Sachen gefunden Das ist die spectral steed whistle Die könnte ich ja Sicherlich irgendwie Usen Klar Leaf selected Okay Ich dachte ich kann die irgendwo mit reinpacken Dann Haben wir auch neue Waffen bekommen Die schauen wir uns mal an Nämlich dieses Lord Sworns Straight Sword Und das ist unser Uchi Katana Also schauen wir mal Physical 115 plus 15 Es skaliert mit Strength Und mit Dex Jeweils auf D Und ist damit Exakt das Nur dass unser Katana 45 Bloodloss Buildup noch macht Das ist natürlich auch wieder gut Das heißt Das gefällt mir schon besser Und Die FP Kost Sind bei dem ein bisschen geringer Und unser Schwert ist ein bisschen stärker Das kann ich noch gar nicht tragen Bei Dex brauche ich 18 Ach dabei auch Ah ist auch interessant Können wir uns mal angucken Wir bleiben für das erste Aber natürlich hier bei unserem Katana Wie ist das mit Pfeilen Wie komme ich zu Pfeilen Wo kann ich die Kann ich die irgendwo herstellen Oder muss ich sie kaufen Das werden wir auch rausfinden Wir können ja mal unser Pferdchen direkt mal rufen Oder Kann ich hier Warte Wenn ich jetzt Muss ich das immer so kompliziert machen Ist bestimmt auch einfacher Wow Yes Oh guck mal hier Nice Fum Das ist Das ist das erste Mal Wir haben Reittier Können wir jetzt hier durch die feindliche Wir können die umreiten Wie einfach Die können einfach nichts tun Weil ich einfach viel zu schnell bin Hey Oh das ist ja fantastisch Okay das ist so super Hier scheint mir noch wieder so ein Ding zu sein So steigen wir mal ab Direkt das nächste Die sind ja nicht weiter auseinander Dutch Grace Wow Und hier ist das Tor Nach Stormgate Oh Was Okay Kennen wir uns Oder Ich guck mir mal an Wie du gegen den anderen Typ kämpfst Ach der will mich beschießen Der hat es nur auf mich abgesehen Das ist ja ein Arschloch Hey Baby Okay Also Die alte Dark Souls Schule Sagt mir Man Vernichte erstmal hier die Archer Die einen nerven Ey Dick Mops Mann ist schon wieder zu mir gekommen Ei 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 Ah ich roll doch schon Ich roll doch schon So Wie sieht's da aus Komm mal hier mit zu mir Ich trink mal was So Alte Dark Souls Schule Jetzt Was Woher Wo kam der denn her Leichte Verzögerung Da ist ja schon Dick Mops Mann Eieiei Okay Immer mit der Ruhe Ja Das wollte ich gar nicht Hey Wischer Alter Wie ich hier nicht mehr wegkam Das hat eine Weile gedauert Ich wusste nicht Dass der so lange zum Ziel braucht Fisch Okay Und Fisch Okay Pass auf Machen wir das mal so Wisch Au Hmm Naja Hey, was machst du jetzt? Du wahnsinniger alter Mann Uuh, juhu, juhu, juhu Alter Schwede, ey Tschüss Ui, 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 ui Einfach mal so ein Riese Nicht mal ein Endboss Lump of Flash Ah, war schon Endboss Wow Okay Nice Gefällt mir gut Gefällt mir sehr gut Jetzt kann ich mal ein bisschen looten hier Das muss aber jetzt ein bisschen was geben hier Godric's Soldier Greaves Nice Ah, das war schön Das hat Spaß gemacht Ist denn hier irgendwo in der Nähe Ein Feuerchen? Ich hab das Bedürfnis Wie viel Seelen hab ich denn jetzt eigentlich? Woran seh ich das denn? Ähm Oh, well done Dankeschön 1827 Ah, das ist ja Der hat ja gar nichts gebracht Im Vergleich Ich hätte gedacht Der bringt mir wesentlich mehr Bin ich jetzt ein bisschen empört Oh, acquire materials Smoldering butterfly Hubs 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 Okay, was ist da hinten? Das macht schon Spaß Man schleicht sich so Wenn's nötig ist Was ist das? Oh, ich hab gar keine Pfeile mehr Ist das ein Hund? Sind das Hunde, die sich da verstecken? Oder sind das Also irgendwas versteckt sich da Ich weiß nicht, was es ist Also für mich Ich sag euch einmal, was ich glaube In diesen Büschen sitzen irgendwelche Wölfe Ich renne auf diesen Typen zu Von hinten kommen die Wölfe Ich bin doch nicht blöd Da sitzt auch noch einer Für wen halten die mich denn? Für blöd, man Meck blöd Ne, ne, ne Ja, ja Okay Ne, ne, ne Ich lass mich hier nicht so Einfach in ne Falle locken Ah Ich wusste es Ich wusste, dass ihr hier Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ne, 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 ne So leicht mach ich euch das nicht Holt der so ein Horn raus Und pustet da rein Achso, das ist nur ne Kerze Habt ihr das gesehen? Wie frech der war Der wollte mich da einfach ins Verderben locken Dann nehm ich mir noch so ein paar Pilzis Auf den schreckt noch ein kleiner Mushroom Oh, wieder so ein Leucht Ey, ey, ey Mein Pian, der haut ab Der hat das gesehen? Der ist einfach weggerollt Eventuell habe ich ihn mit dem Fuß angestoßen Eventuell Ist er aber auch von Geisterhand Bewegt worden Wo ist denn hier mein nächstes? Bonfire Ich werde es immer bonfiren Denn auch wenn es anders heißt Verzeiht mir das Alte Gewohnheit Choir Materials Das gefällt mir schon mal Dieses Looten Ich hoffe, ich kann da auch gleich Geilen Scheiß machen Oh, ein Bäumchen Das ist Ein ähnlicher Wie ich ihn schon mal sah Ganz am Anfang Im Tutorialgebiet Oh, hier Stormhill Grasende Riesenschafe Ah, was ergibt sich hier Feines Ich möchte gerne mal irgendwo noch Meine gewonnenen Seelen Golden Seed Das gefällt mir Okay Also Hier Schauen wir uns mal die Klippen Oh, jetzt fängt der Wind aber richtig an zu Blasen Da ist wieder ein Weißkopfseeadler Der fragt sich Wo seine Familie bleibt Ich könnte hingehen Und ihm sagen Dass ich die aus Versehen Gemäuchelt hab So, was haben wir hier? Smithing Stone Oh ja, Smithing Oh, was ist denn hier los? Was ist mit denen passiert? Guck mal Der hat eine Krone auf Das ist ein alter König König, der seine Macht Los geworden ist Ist der da angekettet An den Stuhl? Ne, er scheint mir nicht angekettet zu sein Aber er hat seine Hände so Was ist das? Zum Gebet? Ist das ein geistlicher Ein alter König? Ach, der auch? Oder Ja Okay, das können ja nicht alles Könige sein Dann sind das irgendwelche Mönche oder so Man weiß es nicht Wir gucken erst mal in die andere Richtung hier Da bewegt sich was Was ist es? Schleichi, McSchleichmann Was bist du denn? Eine Steinwurm Snake Guck mal, das ist Snake Geronimo! Ich hab keine Ahnung Ob es gut oder böse ist Aber es lässt sich töten Also nehm ich mir das Noch einer Okay, die kann man wohl ganz gut farmen Die Jungs Ich sehe es als Farm Ruin Fragment Ist das denn Naja, wir werden es sehen Earthleaf Flower Oh, was ist das? Ein Friedhof Oh nein Überall Items Bedeutet Feinde sind nicht fern Die arme Raupe Nimmersatt Ja Ich mein sie ist aus Stein Was ist so ne Steinraupe? Also das sind hier Diese Dinger da Diese Bonfire Ich muss aber jetzt irgendwie nochmal Neues finden Neues Bonfire Ich hab das Gefühl Es ist an der Zeit Aber da ist ein Riese Ein Gegner Guten Abend Hau da ab Sind alle frischen Bonfire Mit einem leuchtenden Kreis Umgeben? Ich denke ja Aber wir gehen mal da oben Auf die Klippe Aber wer macht das Ist das ein Känguru? Was? Wer grummelt da rum? Okay Ja dann hau doch ab War das gerade ein Känguru hier Oder was? So ein bisschen so aus Ne? Oder was ist das? Guck mal Wirklich so ein kleines Känguru Hey Buddy Oh da hinten ist ein Äh An der Fire Am Bonfire Da schlurfe ich hin Oh noch ein Riese Ich komm gleich Ich geh erst mal zum Bonfire Ich komm gleich Merk dir ja wer du bist Ich hoffe mal Hier wird jetzt kein Hinterhalt Was ist das? So ein random Schädel Das finde ich klasse Dass die so aus weiter Entfernung Einen schon an Lachen Das gefällt mir Da muss man nicht so Dumm rumsuchen Touch Grace Sehr gut Jetzt können wir mal unsere Seelen Ein bisschen ausgeben Level up Was haben wir denn? Wir nehmen mal wieder Dexterity Und firm Und wir haben natürlich jetzt auch noch Diese Schecks Da können wir gleich mal eben schauen Wie viele haben wir denn von denen? Wo verstecken die sich denn? Die sehen ja alle ein bisschen anders aus So was ist das hier eigentlich? Increases Sacred Flasks Number of Uses Das können wir gleich machen Das ist hervorragend Das ist die Map Okay Wo ist Wo ist Wo ist denn diese Seelen Schecks Glowstone Crafting Items Genau Das ist gut Da Golden Rune Und Golden Rune Die beiden habe ich jetzt Keine Ahnung wie viel die mir bringen Sollte eigentlich reichen noch für ein weiteres Level up Wer weiß wofür man die sonst noch braucht Ach vielleicht komme ich gleich zum Schmied Oder so Und dann brauche ich es Ich bewahre mir die erstmal auf Stattdessen werde ich jetzt mal hier mich hinsetzen Und mein Ding aufwerten Hier meine Flaschen Flasks Let it charge Yes Nice Super So Zeit kurz mal in den Chat zu schauen Was ihr so schreibt Der ist schön schnell der Samurai Ja Leute mein erster Eindruck Ich muss wirklich sagen mir macht es eine Menge Spaß Ich habe das Gefühl es sind Viele kleinere Verbesserungen drin Man ist sehr viel mobiler Dieses Rumhüpfen ist jetzt auch nicht übertrieben mit diesem Hüpfen Die offene Welt gefällt mir total gut Es ist flüssig Es ist smooth Es sieht gut aus Die Atmosphäre ist dicht Mit der sehr subtilen Musik Und dann aber diesen stürmenden Rauschenden Baumkronen Framerate fühlt sich okay an für mich Also Ja ich bin happy Muss ich sagen Mit dem was ich Hier bereits Sehen konnte Guck mal was hier oben Für ein Item auf uns wartet Wieder einer mit so einer kleinen Krone Stone Sword Key Ach das sind die Sachen die ich mir auch Am Anfang als Geschenk Mitnehmen hätte können Oh wer ist das? Everyone's been grafted Everyone who came with me They crossed the sea for me They fought For me Okay jetzt wird die Geschichte klarer Only to have their arms taken Their legs taken Even their heads Taken Taken and stuck To the spider Did you know If you're grafted by the spider You become a chrysalid It's quite a lark When you think about it Okay Ähm Die arme Holdemite Sie ist über die See Mit ihren Mit ihrer Gefolgschaft Und wurde dann Hier zurückgelassen Ihre Gefolgschaft Wurde der Spinne Zu gefüttert Oder was Aber das waren Sie sind jetzt nicht Diese Steindinger gewesen Die da so rumgerollt sind Gerade oder Die arme Achso kann ich dich noch Was anderes fragen oder You're all on your own Are you Yeah And heading to Stormvale Castle Yep Enticed by the one In the white mask I suppose Well You've come to be one With the spider Well that makes us Two peas in a pod But I don't have your courage It's scary You know Having your arms cut off Or legs Or your head I want to be like everyone else But I'm just too scared I'm nothing but a craven Oh I know Can you take this little one along with you Oh Spirit Jellyfish Ashes Ist das ein Zauber The poor thing deserves someone braver than myself And the spirits look rather fondly upon you It'll be glad of your company I think The little one With a spirit calling bell You can use ashes To summon various spirits Summoning typically consumes FP You can only summon one type of spirit At a time You cannot summon spirits During multiplayer Die kämpfen dann für mich oder was It was a pleasure to see you Oh Can you pass on a message for me If you see the little chrysalids In Stormvale Castle Tell them I love them And that Despite my craving heart I'm sure I'll be joining their clubs soon enough And finally get in the hang of this whole pain thing you know Oh Gott Oh Gott Die arme Person Das war's, oder? Ja, okay Mach ich Ähm, wow Das ist verwirrend Diese, diese arme Dame Ähm Lass mal quallen Für dich kämpfen Ja, wir können ja mal gucken, was wir da als Feines haben Da, Spirit Summon Spirit Jellyfish Es ist ja aber für ewig, ne? Also, das kann ich nicht Also, das kann ich nicht Hm, Memory Source 2 Okay, das muss ich das hier am Lagerfeuer einüben Glück Das ist hier, Memorized Spell Sorceries, Inquintations Nee Ich dachte, vielleicht muss ich das hier irgendwie einüben Äh Warte mal Keine Ahnung, wie das genau geht Das kriegen wir gleich noch raus Weiß gar nicht, ob ich das schon nutzen kann Funmon Spirit Jellyfish 31 Fast nicht das Ah, das geht auch so Okay Das geht nicht Okay, na gut Wir kämpfen erst mal weiter mit Katana Ich spiele auf Playstation 5 So, genau Also Stormgate Gatefront Da gehe ich zurück Ich wollte ja zu dem Riesen gehen Und Der war ja hier irgendwie den Weg hoch Der war hier Oh, warte Nee, da war der Riese Und wo bin ich gekommen Von hier Da hinten ist der Riese, da oben Da ist er Okay, ich sag mal Hallo Ich hab so ein Gefühl Der hat Bock zu kämpfen Mal schauen, was er kann Mal schauen, was er kann Ist das genau der gleiche Typ Also quasi der Bruder von dem Von eben, oder Also der sieht schon ähnlich aus Also der ist schon ein harter Kampf gewesen Das ist der Buddy von dem eben Immer schön gegen den Wind anschleichen Wenn er uns nicht riechen kann Wer weiß, wie gut der riechen kann Oh, no, no, no Er darf mich nicht sehen Nein, 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 nein Ich glaube so Riesen kann man Nicht backstabben Boah Boah Ich glaube so Autsch, das hat B. Oh, oh, hey! Hey, Baby! Okay, mein Freund. Es ist besser für alle, wenn du gehst. Du stopfst das Gras kaputt, was ich looten will. Hier zum Beispiel dieses Earthly Flower, da wolltest du drauf treten mit deinen Stinkefüßen. Da habe ich es genau gesehen. Und ich wollte das haben, weil ich damit später irgendwas machen möchte. Ich weiß noch nicht was. Und da standst du mir wirklich im Weg. Deswegen musstest du leider gehen. Was ist da drin? Strength, not Crystal Tear. Was genau machen die nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Ich wusste es wahrscheinlich nie da. Temporarily boost strength in mixed physics. Okay. Hätte ich in der Schule gebraucht, meine Stärke für Physik. Temporär zu erhöhen in Klausuren hätte mir sicherlich weitergeholfen. Ansonsten. Oh, da ist wieder so ein Schädel da unten. Aber so richtig viel Seelen. Ich sage immer noch die alten Bezeichnungen. Ich weiß es wie früher mit Euro und D-Mark. Ich brauche eine Weile, bis ich mich dann an die neuen Bezeichnungen gewöhne. Aber so richtig viel hat er mir jetzt irgendwie nicht gebracht. Golden Rune. Hier ist noch irgendwas Leuchtendes. Golden Rune. Die alten Ruinen. Was sind das? Aquädukte oder einfach nur Torbögen? Machen die Sinn? Diese Bauten? So, ist das diese Castle? Das ist diese Castle, oder? Wir gehen jetzt erstmal hier auf diese Burg zu. Oh, es ist riesig. Es scheint mir doch ein Aquädukt zu sein, oder? Man sieht das leider nicht. Ah, da ist ein Torbogen gebrochen. Und das ist das Codosseum. Und da sind wir in Rom, quasi, ja? Ich glaube, wir befinden uns in Rom. An dieser Stelle vielen Dank. TF Pott 79. Juna 747 und der Uwo Specht. Fantastic TV für eure Primes. Vielen Dank. Ah! Ah! Ey! Meine Güte, ich mache hier gerade Prime Action. Was ist denn mit dir los? Ja, okay. Okay. Geil, pass auf. Okay, das merke ich mir. Ja, nimm Blutdungsschaden und stirb. Habt ihr das gesehen? Ich quatsche mit euch. Use FURL-Calling Finger Remedy to reveal summon signs of players from other worlds. Gold signs indicate an ally. Red signs indicate an adversary. The multiplayer session will begin once either type has been summoned. Hammer Talies, Mann. Okay. Kam der einfach aus dem Nix. Hat sich nicht vorgestellt. Hat mich direkt angegriffen. Was für eine unhöfliche Aktion. Das war Reveals Co-op and Hostile Summoning Signs. Und dann hat der mir aber noch irgendwas anderes gegeben. Das. Hammer Talies, Mann. Enhances Stamina Reducing Attacks Against Blockers. Sind die automatisch ausgerüstet? Nein. Muss ich die hier irgendwo ausrüsten? Ja, guck mal. Boosts Fire Damage Negation Enhances Stamina Reducing Attacks Against Blockers. Ah. Ach, guck mal hier. Pass auf. Ah, ja, ja. So mache ich das mit dem Zauber auch. Den muss ich dann theoretischer hier rauflegen. Okay. So geht das. Und dann kann ich nach unten. Aber darf ich nicht. Ich bin nicht die nötigen Voraussetzungen für. Nehme ich mal an. Ich darf den noch nicht nehmen. Steht da irgendwas, was ich brauche? Und dann muss ich es vielleicht lernen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse ihn erstmal drin. Ich werde das. Ich werde ihm schon auf den Grund gehen. Erstmal schlurfen wir weiter in Richtung dieser Kolosseumartigen Festung. Wie viel habe ich denn bekommen? 2230. Was haben wir hier? Da kann ich es haben. Competitive Multiplayer. Use Duelists' Filled Finger To Write A Red Summon Sign. Ah ja, okay. Also hier kann man, wenn man Bock hat auf... Oh, mit dem kann man reden. Wer bist du? Nichts zu erzählen. Der sitzt da rum. All I wanted was to fight. To fight as a warrior to the last. So why? Why, O Guidance of Grace, would this door not open? Okay, ist das jetzt, weil ich 3D-Sound aus habe? Ich verstehe es nicht. Weshalb jetzt keine Sound. Das könnte an der Ampel in den Sound-Einstellung liegen. Aber okay, das scheint mir dann wirklich die Multiplayer-Kampf-Arena zu sein. Hier dieser Bereich. Gut zu wissen. Können wir irgendwann mal hingehen und noch ein bisschen Action machen. Ich würde ja gern irgendwann auch noch mal an den Punkt kommen, an dem ich so Schmiede kennenlerne, die meine Waffen verbessern. Und solche Sachen. Was ist das? Oh, das war ein Steinriese. Guck. Ja, noch ein Steinriese. Die große Zeit der Steinriesen ist auf jeden Fall vorbei. So viel kann man hier, glaube ich, schon sehen. Was ist das? Das sind Kometen. Warum sind hier Kometen? Nee, das sind keine Kometen. Das sind... Lava-Schnecken. Das sind Lava-Schnecken. Oh, hier. Okay. I see. Das geht doch nicht. Verbrennen doch hier... ...die ganze Landschaft. Können sie doch nicht machen. War das jetzt mal aufzubrennen dann hier, oder? Okay. Wir laufen mal die Gegend hier ein bisschen ab. Was ist da hinten? Ah, das sind ja diese Weißkopfseeadler von vorhin. Ja. Okay. Ich denke, diese Tiere muss man früher oder später auch jagen. Und so ein Händler hätte ich gern, wo ich ein paar von meinen Pfeilen wieder auffrischen kann. Guck mal, es gibt ja diese Schädel, diese wie die hier, die man einfach so mit dem an Fußball spielen kann. Und... Und da gibt es die Schädel, die leuchten. Da sind leckere Items drin. Oder irgendwelche Sachen, die man benötigt. Da sind wir diese süßen Kängurus. Hi, ich tue euch nix. Keine Sorge. So, dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal wieder... Ach, warte mal. Da ist noch ein Weg. Der führt... ...zum Wasser runter. Den schauen wir uns nochmal an. Oh, habe ich das Item aufgepickt? Jetzt. So, da ist... ...eine Bewaffnung. Warte, war das der Weg? Ah ja. Oh, hier ist noch eine Statue. Hier kann ich wieder aufwachen. Alles klar. Da sind ganz schön viele Typen überall positioniert. Das ist ein... ...Feuer. So, dann gehe ich erstmal wieder hier zurück. Kann der auch nochmal leveln. Oh, wer ist das schon wieder? Oh, dann vielleicht kann ich ja bei dem irgendwas kaufen oder so. Dann warte ich erstmal mit dem Ausgeben. Hi. Ne, ich bin neu. Okay. Okay. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Absolut richtig. Is your faith in the guidance of Grace Hold firm? Ja, man. Despite the collapse of the golden order. Yeah. My faith. Yes. You're the tarnished through and through. Takes me back. That's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished like you. Ja, gib. Learn skills. Talk. Leave. Oh, was ist das? With the shop menu you can spend runes to purchase various items. You can also sell items for runes. Each merchant stocks a different variety of items for purchase. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. Usable on swords, axes and hammers. Stamp upwards cut heavy grants affinities and skills to an armament. Okay, das heißt, ich kann gewisse Skills einfach nutzen. Die kosten mich dann wahrscheinlich FP, schätze ich mal. Das ist interessant. Warcry grants affinities and skills to an armament. Ash of War spinning slash. Okay, das ist interessant. Ash of War parry. Oh, parry. Oh, Stormblade. Ich glaube, unsere Waffe könnte zum Beispiel ein Impaling Thrust. Wow. Okay, was kostet mich denn das zum Beispiel? Warte mal. Tausend. Brans, das finde ich... Also, das ist ein Sprung nach vorne und das ist ein Stamp. Upward cut. Ich bin so ein bisschen an diesem vielleicht interessiert, weil, wenn wir mal das Moveset angucken, dann machen wir gleich. Hat der noch? Hat der Pfeile? Nein. Hat er nicht. Ja, 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 ich komme gleich wieder. Keine Sorge. Ich will mal was gucken. Und zwar, ich habe immer den Katana. Ah, ne, den habe ich ja schon. Das ist der. Okay, nach vorne, den brauche ich nicht. Ja, das sind diese Schnibbel, Schnabbeldinger. Okay. Weiß ich natürlich nicht, aber es ist ja eine Schwertklasse, oder? Das muss ich mal eben kurz... Katana slash Pierce. Steht da irgendwo eine Klasse, sozusagen? Ist das eine Schwertklasse oder ist Katana eine eigene Klasse? Weil das ist ein Sword. Das weiß ich nämlich gerade, ehrlich gesagt, nicht. Slash Pierce. Slash Pierce. Katana ist die Klasse. Warte, guck nochmal. Also. Usable and Swords, Axes and Hammers. All melee, all melee, melee, das ist alles, melee, melee, usable and Swords, Axes and Pole Arms. Deggers, Curved Swords, Thrusting Swords, Fists, Claws and Small and Medium Shields. Okay, das könnte ich mit einem Shield machen. Usable and Swords. Ich bin mir nicht sicher, ob das Katana da ausgeschlossen ist. Okay, Capable of Thrusting. Impaling Thrust. Da steht jetzt... Alle, die Thrusting können. Mal gucken. Ja, 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 warte doch mal. Ich guck da erstmal. Ich will mir jetzt nichts Unnützes kaufen. Slash and Pierce. Also kein Thrusting irgendwie. Ich glaube, die sind alle nicht für meinen Katana da. Schade. Dann. Was? Nein, ich wollte mit dir reden. Was ist? Es ist ein Myriad of Battle Arts in these Lands that I've yet to discover. Memento's of all the Warriors who raised their arms in battle. Lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword. And the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle. The death itself. Okay. Dankeschön. Also das kaufe ich jetzt erstmal nicht. Ich habe... Das glaube ich kann hier nicht verwenden. Kann hier immer jederzeit wieder herkommen. Stattdessen nutze ich... ...mein Kapital. Und... 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 Dexterity. Damit könnte ich jetzt nämlich auch mal diese komische... ...diesen Morgenstern ausprobieren. Oh ja, wenn wir diesen Morgenstern... ...ah, der ist aber auch schlechter. Ich könnte übrigens auch mal in Katana auch mit... ...Strength noch ein bisschen leveln. Skaliert ihr mit D und D. 846 Seelen. Okay. Das ist ja alles noch im Rahmen. Ich wollte eigentlich mal... ...den Weg zur Küste weitergehen. Warte. Dann führt ihr lang. Welche Richtung gucke ich? Norden. Die Küste ist im Osten. Ja, doch. In diese Richtung ist die Küste. Hier muss eigentlich ein Weg sein. Ich würde natürlich auch mein Reittier nehmen. Aber gerade bin ich noch so... ...dass ich das... ...muss hier gar nicht so schnell sein. Ich gucke mir das mal alles an. So, wo ist jetzt... Oh Gott. Ich dachte, einer wäre genug. Jetzt sind da schon mehrere von. Drei Stück. Drei Stück. Hey Atlas. Muss man hier leider ein bisschen... Entschuldigung. Ja, ich lasse euch in Ruhe. Was man über mich erzähl... Oh Gott. Das ist ja alles voll. Oh eh. Also es ist so 20 von denen... ...ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich würde nicht ausschließen wollen... ...dass das eigentlich... ...gar nicht schwierig ist für mich... ...weil ich sehr gut bin. Aber ich finde die Anzahl... ...doch jetzt ein bisschen beeindruckend. Ja, ich könnte mir da hinten einen holen. Und der so nett ist... ...und vielleicht... ...seine Freunde nicht ruft. Oder nicht. Ich befürchte, er würde seine Freunde rufen. Na, ich kann ja immer nur abhauen. Wenn ich jetzt mal ausprobieren. Oh. Wenn man den wegsteppen könnte... ...könne man aber nicht. Oh Gott. Ne, das ist mir zu gefährlich. Müssen wir mal wieder... ...hau mal ab. Aber denen wurde ja richtig die... ...die Haut... ...vom Körper gezogen, oder? Ja, nämlich ein bisschen an diese Titans... ...von Attack on Titan. Der hier ist besonders böse. Der grummelt immer vor sich hin. Sagt er. Er will ganz klar hin... ...zei... Oh Gott. Hat er mich gesehen? Nein. Ich bin viel zu flink und... ...unsichtbar. So. Wow. So. Wir machen nochmal einen Kampf mit dem. Sagen, der andere nicht guckt. Und ihr glaubt wahrscheinlich... ...ich fall da jetzt runter, ne? Aber das mache ich nicht. Ich ziehe ein Stück hier mit rüber. So dass sein Freund nicht kommt. Und dann machen wir das Ziel so. Und dann machen wir das Ziel so. Oh. ich möchte sagen das war ein überzeugendes argument auch das war kein schlechtes argument ich bin ja ein bisschen an der kante das mit mir dann doch etwas manövriertraum ok hat es irgendwer gesehen die geben nicht besonders viel punkte finde ich dafür dass sie so groß sind aber gut größe allein ist nicht alles sind die da eigentlich für immer weg oder kommen die irgendwann wieder wie viel habe ich noch ich bin jetzt mal weg okay oh Oh Au, au, Stompymon, Stompyman Au, au, au Ok, ich werde gierig, ich werde gierig und leichtsinnig, das ist keine gute Kombination Ok, ich spiel scheiße, ich spiel scheiße Ich war zu gierig, aber sowas von zu gierig, das passiert mir aber nicht nochmal Viel zu gierig gewesen, aber das macht Spaß, diese Lümmellatze zu bekämpfen hier Doch, wir sind noch wieder zwei, guck mal Der ist ganz traurig hier, der sitzt da Was macht der, guckt der sich da den Dings an, diesen Schädel Guck mal, der kniet vor dem Schädel Seht ihr das? Der beschützt diesen Schädel da Ja, oder diese Seite Naja Aber was ist hier eigentlich, was ich hier mache, außer gegen die zu kämpfen? Wachen die irgendwas, oder sind die hier Warum sind die hier diese Typen? Mein Plan war ja eigentlich runter zu gehen, zum Osten hier diesen Weg zu erkunden Das heißt, ich muss eigentlich ein bisschen nach Nordosten gehen In diese Richtung, das mache ich mal Das war ja mein eigentliches Ziel Bevor ich auf diese Riesen traf, die mich natürlich interessiert haben Äh, warte mal, ich hab noch mal Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bist du völlig wahnsinnig? Habt ihr das gerade gesehen? Verrückt So, ich kann auch jetzt hier bestimmt genau Das heißt, ich kann jetzt hier jederzeit Sagen Wie geil der auch so unter mir auftaucht Das finde ich zum Beispiel auch geil im Vergleich zu anderen Rollenspielen, dass mir das Pferd direkt unter Popo wächst Und nicht irgendwo angelatscht kommt und ich mich dann noch zu ihm bewegen und draufsetzen muss Ich kann natürlich hier sehr gut argumentieren, weil es auch ein Stück weit natürlich alles magisch ist Aber das macht es so schön komfortabel Und man ruft das Reittier dadurch wesentlich leichter Und man denkt, das geht ja eh so schnell So, guck mal, ich wollte mal da zur Küste Hier ist eine Steilkiste Oh, wie ist das? Hier geht es runter? Ne, hier sind die Adler Was ist das denn da? Der, der Arme Okay, wie komm ich da runter? Was? Hallo? Can you hear me? Was? Wo? Da oben? Ja hallo, aber wo? Oh! Äh Geht, 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 geht Ja, ich guck ja, ob ich hier irgendwo runter komm Ich weiß, gibt's hier Falling Damage? War das nicht so, dass es keine gibt? Ich weiß es nicht Soll ich's riskier? Ich riskier's Ja, es war keine Falling Damage Sehr gut Ich komm Aber erst schnapp ich mir Das Item Wehe, das ist ne Falle Ja Hilfe! Hilfe! Ich bin in der Oh, meine Stärken! Ich bin so froh, dass Sie sehen Ich bin Alexander Also known als der Iron Fist Und wie Sie sehen, ich bin in der Bitte Kannst du mich aus dem Weg helfen? Aber wie? Meine Dank A thousand Dank Just give me a good smack from the rear With something nice and big And I'll pop clean out, I'm sure Don't dally There's no need to fret, I'm very well trained Give it your all, I say Okay Well played, good job Don't stop now, friend Just keep clobbering away at the old behind Put those doubts to rest I'll be just fine I'm very well trained Give it your all, I say Ouch Okay Well played, good son Well played Oh, that mighty wallop of yours Almost spelt the end of me Well, I'm out now Well, and that's what counts I... Thank you And... As a token of my appreciation I'd like you to have this Exalted Flash Ist das was gutes? Was? Once again Pleasure is mine I am the Warrior Jar Known as... Alexander Iron... Warrior Jar I... Journey to the East Where I intend to further my education In the ways of war And beyond these lands Lie the scarlet Rot-Blighted Kaled Wilds And upon their southern edge Is Redmayne Castle In which a festival of combat is being held I'd heard whispers of such festivities before Doesn't the notion set your breast a flutter? I'm heading eastward To Redmayne Castle On the southern edge of the scarlet Rot-Blighted Kaled Wilds I've heard there's to be a festival held there Okay Dann... Nice Der wirkt so ein bisschen wie der Zwiebelritter Cooler Typ Genau Hier geht's runter Irgendwo Ich höre was Hört ihr das auch? Oh Oh Das sieht wie jemand aus, auf den ich Bock hab To Redmayne Castle Oh Hey bleib hier Nein, nicht zu dem Typen rein, da kommen wir gleich hin Warte, bleib stehen Okay Den hol ich mir Oh, so viele neue Kreaturen Ich kenn sie alle nicht Wer bist du, mein Freund? Du bist... Ich schleich mich einfach ran Oh, da ist noch ein Dingsbums Geil Piuuuu Guck mal, das passt ja perfekt Dann können wir hier nochmal erstmal ein Level vielleicht machen So Und Dann hauen wir diesen Brückenwächter weg Level up Level up, level up, level up Also Wir könnten mal wieder vielleicht Wecker machen Ein bisschen mehr Leben, schadet nie Und Ja Dann guck ich eben nochmal, was der mir da jetzt für ein komisches Fleischbrückchen gegeben hat Temporarily boost physical attack Okay, das ist sehr nett von dir Was? Habe ich jetzt gerade aus Versehen so eine Flask? Nein, das habe ich nicht gemacht Okay, setz ich nochmal hin Ich habe doch nicht gesagt, trink eine Flask Was? Ist das ein Schurke? Ne, oder? Der ist gestorben, ich wollte gerade sagen Es gibt ja auch diese komischen Spirits, die sehen ja auch so aus Okay, ich schleife mich mal an ihn ran Der ist offensichtlich vom Wahnsinn anheim gefallen Oder der hat halt irgendwas auf dem Kopf, was er loswerden will Jedenfalls sieht der unglücklich aus Ich verstecke mich Du hast mich nicht gesehen, ich verstecke mich Du kannst mich nicht gesehen haben Du kannst mich nicht gesehen haben Oh, der will einfach nur diesen Kessel auf dem Kopf loswerden Ehrlich gesagt tut der mir einfach nur leid Ich glaube, der ist einfach unglücklich Ich glaube nicht, dass... Sanctuary Stone Naja Ich habe jetzt auch nicht probiert mit ihm zu reden oder so, ne, aber Ronsens530 Vielen Dank für dein Prime Und wo haben wir eigentlich... Wo waren wir stehen geblieben? Bot... BotYogi1337 Und Robota Robotter Vielen Dank euch Sehr, sehr nett Der hätte auch vorbeilaufen können Nein, nein, nein Ich wollte ihm helfen Der war ja offensichtlich, hat er sich gequält Jetzt hat man noch gesehen, dass der sich gequält hat Smithing Who needs smithing Ich glaube, wir sind auf dem Weg hier zur Küste Ah, genau, das wollte ich hier sehen Das ist ein Pfad Was ist das hier? Das ist gar keine Küste Hier, da sie... Oh, da ist der Baum Des Lebens Wow Wow Okay, und diese kleinen leuchtenden Bäumchen sind so nachfahrend von ihm oder sowas Krass Das hatte ich noch gar nicht so richtig gecheckt Limgrave Limgrave Okay, hier ist... Wer rastet hier? Hi Oh, je You're my... I... Terribly sorry Uh... Are you here as a customer? Ja Geil Purchase Ah, endlich kann ich hier Pfeile kaufen Pickled Turtleneck Temporary Boosts Smooths Warriors Cookbook Das klingt nach was, was ich haben will Shortsword Alberde Flame Shariots Das klingt wie... Das klingen wie richtig gute Zauber Oder was ist das? Bandit Mask Bolts und Arrows Ich will Arrows Was kosten die mich? 20 Mark Ja, teuer Ne, pass auf, wir machen erstmal 50 Ich spiel grad gar nicht so viel mit dem Arrow Und ähm Ich hab das Gefühl, dass sowas ganz interessant ist Weil damit kann ich mir wahrscheinlich irgendwelche Sachen herstellen Expense Crafting Repertoire Verkauf das einfach mal Weil ich hab das Gefühl Aber dann kann ich damit gar keinen Scheiß machen Kommen wir das restliche Geld Kaufen wir nochmal für Pfeile Was kann ich denn verkaufen? Machen wir später Ich muss entschuldigen Ich hab das Gefühl, dass ich sehr wenig zu geben Ne, ist doch super Ich hab doch coolen Scheiß bei dir bekommen Danke So, was ist denn das? Schildkröten Was machen die? Uuah! Okay, tut mir fast ein bisschen leid Aber ich brauch die Turtleneck Meat Und ich brauch das Strip of White Flash Das exakt, das brauchte ich Entschuldigung Kleine Schildkröte Aber du warst alt Du hast dein Leben gelebt Du hattest nichts mehr Zu gewinnen Was ist hier los? Glühwürmchen Schweben Über diesem Ort Über diesem Friedhof Oh, warte Ich sehe Unnötige Skelettkrieger Ja, okay Ja, okay Ja, okay erstmal Okay, erstmal Oh, der zaubert Das gilt es zu verhindern Du willst sie wieder auferwecken? Ich kenn doch deinesgleichen Okay, die kommen jetzt zurück Wegen des Zauberers Aber noch einer Heidewitzker Aber okay, das ist ein sehr belebter Friedhof Oh, der beschießt mich Okay, unangenehm Unangenehm Au, hör mal auf Hör mal auf mit deinem Rumgeschieße da Ich komm auch immer wieder, weil Irgendwie der Zauberer hier noch lebt Wer ist denn von euch der Sensenmann? Du! Skeletor, warte mal Irgendwas Nein, 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 nein Du kannst jetzt nicht wiederkommen Muss ich das Jaja, okay, das war's jetzt für euch Endgültig So Gott, seh die Scheiße aus Never! Wer ist denn hier der Verantwortliche? Entschuldigen Sie bitte Wer ist der Verantwortliche? Das gibt's doch nicht Ihr habt da euren Zauberer Du bist der allernervigste, ich sag's dir Okay, jetzt also langsam werd ich sauer Irgendwas muss ich hier machen Irgendwas anderes Taktik ändern Irgendein Grab zerstören oder irgendwas Was ist hier los? Das ist doch Quatsch mit Soße oder? Also irgendwer muss doch hier der Boss sein Verstehe ich's nicht Verstehe ich's nicht Das ist echt komisch Okay Ja steckt irgendein Mechanismus hinter Den muss ich nochmal mir bei einem Pilz durch den Kopf gehen lassen Was ist mit dem da hinten? Gehört der irgendwie zu der Truppe dazu? Oh, der ist gut Ist ein Freund Wer bist du? Kennen wir uns? Völlig richtig Hat er sein Kind? Ich bin ehrlich gesagt richtig stark Ich glaube der hat Sein Kind Ich unterhalte mich gerade Kannst du vielleicht eine Sekunde mal aufhören mit dem Scheiß? Ey, kannst du auch mal irgendwas machen? Okay Jetzt erzähl mir mal deine Geschichte Du hast dein Kind Oder was hast du da für einen Kopf? Oder ist es nur ein Kopf? Okay Was ist denn deine Geschichte? Die Geschichte hier wurde durch die Todes Geh zurück während du noch kannst Hey, ich bin anders als du Ich bin ein Held Also befinden wir uns denn Ja, also ich Vielleicht bin ich hier auch schon zu weit gelatscht Wollte ich Ich wollte eigentlich mal hier so noch hin Glaube ich Aber jetzt bin ich halt hier Ist auch nicht schlecht Mal gucken was hier noch so auf mich wartet Ich geh erstmal den Weg entlang Da hinten sehe ich doch ein Leuchten Ne, das ist kein Leuchtfeuer Verdammt still hier Zu still Zu still Was erwartet Bill bald hier? Oh Guck mal da unten Ach, es ist doch ein Bonfire Sehr gut Das sah nicht so Leuchtend aus Oh, da hinten ist Ein Schiff Touch Grease Touch Grease Füllen wir uns mal eben die Flasks auf Was ist denn mit Geil Jetzt gucken wir uns jetzt mal an Also hier ist Der Fährmann Guckt euch ihn an Summon Water Village Seht übel aus hier Hallo? Hallo, 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 hallo Boah Gucken wir erstmal Also das ist auf jeden Fall ein alter Friedhof Und da liegt was grünes rum Ne, was ist das? Pflanzen Der kämpft da hinten gegen irgendwas Der Geist Das Phantom, besser gesagt Also das ist nur dieser Typ da, aber das Was ist das für ein ulkiger Fratz? Soll ich den angreifen, oder? Mal mit dem reden, oder so? Oder was ist da los? Ich meine, der macht offensichtlich nur seinen Job Ich frag ihn mal freundlich, wer er ist Oh, okay Alles klar Freundlichkeit wurde nicht erwidert Da bist du Bootsmann, Fährmann Der du deine toten Passagiere rufst zu deiner Hilfe Glaubst du, das wird dir helfen? N 준�ııвидiskt Nein, natürlich Ich gossip A Stay Ein bisschen wärーム Ja, vorbei Gibt er mir einen mit? Ist man durch thematis Okay, der ist ein seltsamer feldsamer boss ja okay das ist doch der richtige zeitpunkt da ist er das will er wieder abhauen da kannst du einfach abhauen ne 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 hör mal auf um dein horn zu blasen mein freund okay bei mighty tschüss du schweinemann death root ok ok gefällt mir skelettel militia man ashes nämlich okay am anfang habe ich gedacht der ist vielleicht noch ein bisschen zu stark und dann habe ich gedacht wisst ihr was nein ich bin auch sehr stark und er starkste ja auch nur im wasser herum ja das war der fährmann oder der hat hier natürlich seine runden gedreht weil sein job ist es die seelen übers meer zu fahren er hat eigentlich seine arbeit gemacht streng genommen hat er sich nicht zu schulden kommen lassen aber hey jetzt ist es zu spät für ihn was ist das dahinten da steht irgendein krieger was bist du schon wieder so einer kommst du zu mir oder soll ich den pfeil rausholen gut der droppt auch was oder so wie oft noch jetzt dreimal oder was oder oder muss man den während er auf steht platt machen dass ihm dann das ende ereilt entweder sind dreimal oder ich muss ihn während er auf steht platt machen ich habe es noch nicht so ganz gecheckt da habe ich doch gerade noch jetzt ein item erspäht das holen wir uns natürlich nein da muss man jetzt auch nicht jeden quatsch mitmachen was haben wir denn da hinten noch kann man die eifliche ist ja ich gehe meiner wege du kannst gerne daher kommen stört mich nicht das verbirgt sich kommt es jetzt nicht dass er mir den rücken fällt näher und wieder ab ne ja ok was machen wir denn da jetzt ja ok wenn ich den spirit zerstöre so habe ich es eben auch mir gedacht wenn die in dem moment wo die sich quasi wiederbeleben ich habe 2866 seelen ist auf jeden fall level ich weiß nicht was da unten ist aber es wird ja vermutlich mehr als eine kleine gruft sein sonst müsste man da ja nicht ist das alter bienenkorb oder sowas wespenkorb man müsste ja nicht da jetzt so ein nebeltor vormachen wenn das nur so ein kleiner dungeon wäre ich würde gerne erstmal gucken dass ich meine seelen umwandeln in level bevor ich da rein gehe jetzt habe ich den salat dass ich die immer wieder holen möchte alte ruin kommen wir da noch mal hin und dann machen wir das mal eben also jetzt gesagt nee hat er nicht gesagt das kostet was alles wir reiten jetzt erstmal natürlich snacken wir nebenbei hey der nennt mich schon ein bisschen an sekiro was ist jetzt hier für ein licht die sonne geht auf oh yeah die sonne geht auf warte 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 wirst du was bist du ach der typ von eben hi willst du mich willst du mir gratulieren du bist ich mir gerade in klein dort und in der 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 und der Und ich will dich an Garank, den Beest-Klergyman. Okay. Ich weiß nicht, was das beinhaltet, aber ich mach das. A red mark was made on the map. Dankeschön, der Zenit. Okay, dann lass ich dich. I spotted the mark of this centipede here in the village. An ill omen symbol that should not be someone or something threatens the sanctity of the golden order and must be eradicated. Okay. Also der ist geheimnisvoll, äh, entweder ist es eine verstorbene Frau, die er da in den Armen hält, man sieht ja auch quasi unten noch an der Niere da... Diese goldene Hand und dann diese linke goldene Hand, mit der hält er diese silberne Figur und sie hat auch... Ist das eine Augenbinde oder was? Also es scheint mir wahrscheinlich seine Geliebte oder seine Königin zu sein, whatever. Jedenfalls hält er sie ritterlich in Armen und der rechte Schwertarm ist ja silber, so wie die Frau. Also der hat sicherlich irgendeine interessante Geschichte, vielleicht werden wir die im Verlauf des Spiels noch kennenlernen. Jetzt schauen wir erstmal... Oh, da ist es die Red Mark. Okay, das ist sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier vorne... ...zu unserem Bonfire und... ...zu unserer Grace. Und leveln nochmal eine Runde. So, was ist denn jetzt als nächstes mal wieder dran? Endurance ist glaube ich auch ganz gut... ...in Kombination mit Dexterity, da kann ich ja viele schnelle Hiebe machen... ...und dann kann ich ja auch Blutung schaden. So, jetzt will ich nochmal gucken... ...wir haben ja diesen... ...kürzlich diese Rezeptur gekauft. Summons to skeletal militants. Okay, das können wir gleich auch nochmal eben gucken. Da, das ist das Rezeptbuch. Expanse Crafting Repertoire. Kann ich das lesen? Okay. Okay, was ist mit... ...Zaubern einstudieren? Warte mal. Ah ja, das hatte ich ja schon probiert, das ging ja nicht. Da habe ich ja nichts. Das checke ich noch nicht so hundertprozentig, ehrlich gesagt. Um das nicht geht, aber... ...wird sich früher oder später erschließen. So, ich guck mal eben... So, Leute. Spielst du auf der PS5? Ja, ich spiele auf der PS5. Wie gefällt es euch denn so? Super, oder? Du hast nur einen Arbeitsplatz freigemacht? Also das jetzt mit dem Zauber habe ich noch nicht so gecheckt. Ich habe ja noch nie Zauber gespielt. Ich mag vor allem die Bäume. Der Rest ist auch gut. Ja, die Bäume sind auch klasse. Superspiel. Einfach gut. Sehe ich auch so. Warum hast du dich für den Samurai entschieden? Fragt Ron Sans530. Weil ich habe mich vorher so ein bisschen durch die Klassen gelesen. Und er verbindet zwei Sachen, die ich gerne mache. Zum einen... Nahkampf, zweihändigen Nahkampf. Mit seiner behändenden Rolle. Und... ...hat halt dieses... ...Katana, macht auch Blutungsschaden. Und das zweite ist, der hat einen Bogen. Und das ist eigentlich eine Kombination, die finde ich ganz cool, dass ich aus der Entfernung Leute triggern kann. Also dass ich die... Wenn die in Gruppen sind, kann ich die einzelnen rauspflücken und zu mir locken. Oder ich kann auch mal einfach aus dem Gebüsch rausschießen. Ich wollte es einfach ausprobieren. Der kombiniert diese beiden Sachen irgendwie. Und das fand ich ganz interessant. Es gab noch andere Charaktere, die eigentlich nur auf Nahkampf waren. Entweder ein Dex-Build oder ein... ...Strength-Build. Und der ist so ein kleiner Hybrid, glaube ich, aus einem Nahkämpfer und eben einem Bogenschützen. Das hat mich einfach gereizt. Und ich habe auch im Chat vorher ein bisschen gefragt und da haben auch echt viele Samurai geschrieben. Deswegen passte das ganz gut. Bis jetzt sehe ich 90% der Streamer, die Samurai spielen. Okay, ich habe tatsächlich nichts anderes gesehen. Ich gehe blind an das Spiel ran. Ich habe mir noch kein Let's Play angeguckt. Ich habe mir keine Reviews durchgelesen. Ich habe mir gesagt, ich gehe da komplett blind rein. Und das merkt man natürlich hier und da, weil ich bei gewissen Sachen noch nicht genau weiß, wie ich jetzt mit dem Zauber, was ich da genau machen muss. Aber das finde ich alles raus. Deswegen, mir war gar nicht bewusst, was jetzt so eine präferierte Klasse ist und auch nicht, dass viele den Samurai spielen. Ist top, aber bisher keine 97%, sagt Speedy the Bad Russian. Ja, das Spiel ist ja auch hier gerade ganz am Anfang. Samurai startet mit dem höchsten Level und ist der klassische Nahkämpfer. Übrigens haben wir immer noch diesen fiesen Reiter da ganz am Anfang beim ersten Bonfire. Dem müssen wir uns auch nochmal widmen. Das machen wir heute auch. Definitiv wird das auch noch passieren. Da könnt ihr aber mal euch drauf verlassen. Gibt es bei Elden Ring auch die Fast, also die Fat Roll, wenn man beim Gewicht unter 30... Ach, Fast Roll oder Fat Roll? Also es gibt auf jeden Fall, wenn man über 70% ist, diese Fat Roll. Aber ob es eine Fast Roll unter 30 gibt, das weiß ich nicht. So, was wir jetzt machen ist, ich mache mal eben 5 Minuten Pause, ich fülle mal eben mein Kaltgetränk auf. Und ich bin so in spätestens 5 Minuten wieder da. Und dann machen wir aber sowas von weiter. Ah, warte mal, ganz kurz gucken. Genau, ich setze mich mal für die Zeit hier ans Feuerchen. Bip! Und in 5 Minuten sind wir wieder da. Ihr habt in der Zeit die Möglichkeit auf Toilette zu gehen oder euch irgendwas zu essen, zum Knabbern oder so zu holen. Ist doch super, ihr verpasst hier nichts. Und dann bin ich gleich in 2 Minuten oder in 5 wieder da. Bis gleich, Leute.